Hallo zusammen, ich stelle euch hier das Spiel Twilight Imperium vor. Es ist ein episches Weltraumstrategiespiel für drei bis sechs Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von vier bis acht Stunden. In dem Spiel kämpft ihr in der Galaxis um den imperialen Thron und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. In der Spielbox findet ihr 17 Fraktionsbögen. Diese zeigen oben mittig den Namen der Fraktion an und in der rechten oberen Ecke das Fraktionssymbol. Auf den Bögen findet ihr die Basistechnologiewerte diverser Einheiten. Dabei sind unter anderem Kosten, Kampf, Bewegungs- und Kapazitätswerte aufgelistet. Bei manchen Einheiten sind auch noch spezielle Fähigkeiten aufgeführt. Die Illustration gibt an, welche Miniatur für die Einheit verwendet wird. Für die Einheiten liegen in sechs Farben je 59 Miniaturen bei. Dabei sind die Farben an keine Fraktion gebunden und können von den Spielern frei mit jeder Fraktion kombiniert werden. Es gibt im Spiel drei Einheitentypen, Schiffe, Bodentruppen und Gebäude. Die Technologien auf dem Fraktionsbogen können im Spielverlauf aufgewertet werden. Die zugehörigen Voraussetzungen sind jeweils rechts unten angegeben. Daneben findet ihr noch eine einzigartige Fraktionsfähigkeit auf dem Bogen sowie einen Ablagebereich für die eigenen Massenprodukte sowie deren Maximalwert. Auf der Rückseite findet ihr noch einen Hintergrundtext zur Fraktion als auch die zugehörigen Starteinheiten und Starttechnologien. Acht verschiedene Strategiekarten bestimmen im Spielverlauf die Initiativreihenfolge und bringen besondere Fähigkeiten mit sich. Eine Primärfähigkeit, die oben aufgeführt ist und eine darunter aufgeführte Sekundärfähigkeit. Oben rechts ist der Initiativwert als Zahl angegeben, der sich ebenso auf der Rückseite befindet. Für jede Fraktion liegen Kommandomarker und Kontrollmarker bei, die mit dem jeweiligen Fraktionssymbol gekennzeichnet sind. Sechs Kommandobögen für jede Spielerfarbe einer bieten eine Kurzübersicht der Aktionsarten, des Ablaufs der Taktikaktionen, der Statusphase und eine Übersicht zu den Anomalien, die euch in der Galaxis begegnen können. Die Felder daneben bieten Platz für Kommandomarker in den drei Pools Taktik, Flotte und Strategie. Die Kommandomarker im Taktikpool können für die Taktikaktionen eingesetzt werden. Die im Flottenpool geben die Maximalzahl an Schiffen in einem System vor und die Marker im Strategiepool können zur Nutzung von Sekundärfähigkeiten von Strategiekarten verwendet werden. Darunter ist noch ein Feld für eure Handelswaren. Ihr findet noch 34 fraktionsspezifische Technologiekarten für jede Fraktion zwei. Diese sind auf der Rückseite mit dem Fraktionssymbol gekennzeichnet und stellen entweder einzigartige Fähigkeiten dar oder Aufwertungstechnologien für den Fraktionsbogen. Des Weiteren liegen noch 96 fraktionsunabhängige Technologien und 54 fraktionsunabhängige Aufwertungstechnologien bei. Auf den Rückseiten sind diese den sechs Spielerfarben zugeordnet, woraus sechs identische Sets aus je 25 Karten entstehen. Diese Technologiekarten stehen den Spielern im Spielverlauf zur Erforschung zur Verfügung. Aus den 51 Systemtafeln wird die Galaxis errichtet. Die einzelnen Tafeln zeigen unter anderem Planeten oder mit roten Ecken markierte Anomalien, wie beispielsweise Asteroidenfelder. Sind Planeten gezeigt, ist der Name aufgeführt, sowie gelb umrandet der Ressourcenwert und blau umrandet der Einflusswert des Planeten. Neben dem Namen ist gegebenenfalls noch ein Merkmalsymbol angegeben, das anzeigt, ob es sich um einen kulturellen Planeten, einen gefährlichen Planeten oder einen industriellen Planeten handelt. Einige Planeten zeigen dann noch ein Symbol für eine Technologiespezialisierung. Diese Planeten können die Erforschung von Technologiekarten unterstützen. Ist es ein Heimatsystem einer Fraktion, ist unten links noch das Fraktionssymbol aufgeführt. Für jeden Planeten liegt eine Planetenkarte bei, die alle Werte noch einmal aufführt und die der kontrollierende Spieler erhält. Die Kennziffer links hilft beim Spielaufbau, wenn vorgefertigte Galaxien verwendet werden. Daneben ist zu erwähnen, dass die Heimatwelten eine grüne Rückseite haben und die Anomalien eine rote. Alle anderen Systeme zeigen eine blaue Rückseite. 40 Auftragskarten geben den Spielern bei Erfüllung Siegpunkte. Der Stand der Punkte wird auf der Siegpunkteleiste gezählt. Diese ist doppelseitig bedruckt mit einer Seite bis 10 und einer Seite bis 14 Punkten. Wer als erstes auf dieser Leiste 10 bzw. 14 Siegpunkte erreicht, gewinnt das Spiel. 80 Aktionskarten geben den Spielern im Spielverlauf zusätzliche Aktionsmöglichkeiten. Daneben findet ihr noch 50 Agendakarten, die galaktische Gesetze und Verordnungen darstellen, über die die Spieler im Spielverlauf abstimmen können. Die Vertragskarten können die Spieler bei Verhandlungen untereinander austauschen. Darunter sind 17 fraktionsspezifische und 24 fraktionsunabhängige Vertragskarten. Des weiteren findet ihr noch zahlreiche Marker in der Spielbox. Doppelseitig bedruckte für Handelswaren und Massenprodukte, Infanterie- und Jägermarker, einen Sprecher- und einen Hütermarker. Fraktionsspezifisch liegen noch ein Alpha- und ein Beta-Wurmloch-Marker der Kreuz-Fraktion bei, zwei Assimilatoren-Marker der Necro und ein Null-Marker der Nalu. Zuletzt findet ihr noch 18-seitige Würfel, die beispielsweise für Raumkämpfe verwendet werden. Die Seite mit der Null zählt dabei als 10. Zum Spielaufbau bestimmt ihr als erstes einen zufälligen Spieler, der zum Sprecher ernannt wird und den Sprechermarker erhält. Jeder Spieler wählt dann eine Fraktion, die er spielen möchte und nimmt sich den zugehörigen Fraktionsbogen. Für Spieleinsteiger wird empfohlen, die hier gezeigten sechs Fraktionen zufällig zu verteilen. Danach nimmt sich jeder Spieler das seiner Fraktion zugehörige Material. Also die Heimatsystemtafel, die zugehörigen Planetenkarten, 16 Kommandomarker, 17 Kontrollmarker, zwei fraktionsspezifische Technologiekarten sowie die fraktionsspezifische Vertragskarte und etwaige fraktionsspezifische Marker. Jeder Spieler wählt dann eine Spielerfarbe und nimmt sich alles der Farbe zugehörige Material. Also die Plastikeinheiten, die vier Vertragskarten und die 25 Technologiekarten. Es liegt auch ein Kommandobogen in der Spielerfarbe bei, den die Spieler neben dem Fraktionsbogen auslegen. Erfahrene Spieler können die Seite mit der Kurzübersicht auch unter den Fraktionsbogen schieben. Aus seinen fraktionsspezifischen und farbspezifischen Technologiekarten bildet jeder Spieler dann einen Technologiestapel. Gleiches geschieht dann mit den Vertragskarten, wo ein Vertragsstapel gebildet wird. Beide Stapel legt jeder Spieler dann in seinen Spielbereich. Danach nimmt jeder Spieler die Planetenkarten, die zu seinem Heimatsystem gehören und legt diese offen in den eigenen Spielbereich. Das Megatoll-Wex-System wird in der Mitte des gemeinsamen Spielbereiches platziert. Es stellt das Zentrum der Galaxie dar. Für die ersten Partien können für den weiteren Galaxieaufbau die vorgefertigten Spielpläne der Anleitung verwendet werden. Dazu werden die jeweiligen Systemtafeln an die abgebildeten Stellen platziert. Bei der Auslage hilft die Nummerierung auf den Systemtafeln. Für erfahrene Spieler kann aber ein individueller Spielplanaufbau erfolgen. Für diesen werden die Systemtafeln nach ihren Rückseiten sortiert, sodass ein blauer und ein roter Stapel entsteht. Die Tafeln mit grünen Rückseiten sind die übrigen Heimatsysteme. Diese können zurück in die Spielbox gelegt werden. Sowohl der blaue als auch der rote Stapel werden verdeckt gemischt und dann werden je nach Spieleranzahl die Tafeln an die Spieler ausgeteilt. Beispielsweise bei drei Spielern erhält jeder Spieler sechs blaue und zwei rote Tafeln und bei sechs Spielern drei blaue und zwei rote. Bei fünf Spielern ist zu beachten, dass nach dem Austeilen eine weitere Systemtafel benötigt wird. Diese zieht der Sprecher zufällig vom Stapel roter Systemtafeln und platziert sie offen auf einem beliebigen Feld, angrenzend zu Megatollwax. Das ist aber wie gesagt nur beim Fünf-Spieler-Spiel der Fall. Anschließend platzieren die Spieler ihre Heimatsysteme auf dem Tisch, gemäß der von der Spieleranzahl abhängigen Aufbauskizze. Zwischen den Heimatsystemen und Megatollwax muss dabei ein Abstand von zwei Systemen sein. Die Skizzen im Referenzheft helfen dabei den Aufbau auf dem Tisch durchzuführen. Sind die Heimatplaneten ausgelegt, platziert jeder Spieler, beginnt mit dem Sprecher und dann weiter im Uhrzeigersinn jeweils eine Systemtafel offen im ersten Ring um Megatollwax. Nachdem der letzte Spieler seine erste Tafel platziert hat, legt er sofort eine zweite aus. Die Legereihenfolge wird dann umgekehrt und geht dann gegen den Uhrzeigersinn weiter, so lange bis der Sprecher wieder auslegt. Dieser platziert nach seiner zweiten Tafel dann direkt eine dritte Tafel und dann dreht sich erneut die Legereihenfolge um und es wird im Uhrzeigersinn gelegt. Den Vorgang wiederholt man dabei so lange, bis alle Spieler ihre Tafeln ausgelegt haben. Dabei muss jeder Ring um Megatollwax vollständig geschlossen sein, bevor eine Tafel im nächsten Ring platziert werden kann. Also beispielsweise muss zuerst der Ring 1 mit sechs Tafeln belegt sein, bevor in den zweiten Ring eine Systemtafel gelegt werden kann. Systeme mit Anomalien, zu erkennen an den rot markierten Ecken, dürfen nicht nebeneinander platziert werden, es sei denn, es gibt keine andere Möglichkeit sie auszulegen. Ebenso dürfen Systeme mit gleichartigen Wurmlöchern nicht nebeneinander platziert werden, es sei denn, es gibt keine andere Möglichkeit. Nach dem Platzieren aller Systeme sollten sich die Heimatsysteme der Spieler an den Stellen befinden, die in der Aufbauskizze hervorgehoben wurden. Bei fünf Spielern haben drei Spieler durch ihren Startort einen kleinen Nachteil. Nach der Zusammensetzung des Spielplans erhalten daher diese Spieler einen Ausgleich in Form von Handelswaren. Zwei Spieler erhalten zwei Handelswaren und einer erhält vier, gemäß der Abbildung. Anschließend wird der Hütermarker auf das Megatollwax-System gelegt. Die Aktionskarten, Agendakarten, Stufe 1 und Stufe 2 Auftragskarten und die Geheimauftragskarten werden separat gemischt und im gemeinsamen Spielbereich platziert. Ebenso werden die Handelswarenmarker, Jägermarker und Infanteriemarker getrennt als Vorrat im gemeinsamen Spielbereich ausgelegt. Die acht Strategiekarten werden offen in den gemeinsamen Spielbereich platziert, in Reichweite des Sprechers. Dann nimmt sich jeder Spieler die Starttechnologien und Starteinheiten, die auf der Rückseite seines Fraktionsbogens aufgeführt sind. Die Starttechnologiekarten werden offen neben dem Fraktionsbogen ausgelegt, die Starteinheiten werden im Heimatsystem des Spielers platziert. Jeder Spieler legt drei Kommandomarker in seinen Taktikpool, drei Kommandomarker in den Flottenpool und zwei Kommandomarker in den Strategiepool. Anschließend werden die Auftragskarten vorbereitet. Jeder Spieler zieht zwei geheime Auftragskarten und wählt eine davon aus, die er behalten möchte. Alle nicht ausgewählten Karten werden verdeckt in den geheimen Auftragsstapel zurückgemischt. Die Siegpunkteleiste wird neben dem Spielplan platziert. Die Spieler entscheiden sich dabei gemeinsam, ob sie das Spiel mit der 10er oder der 14er Seite spielen möchten. Danach platziert jeder Spieler einen seiner Kontrollmarker auf das Feld 0 der Leiste. Der Sprecher zieht dann verdeckt 5 Stufe 1 Auftragskarten und platziert sie in einer Reihe oberhalb der Siegpunkteleiste. Danach zieht er verdeckt 5 Stufe 2 Karten und platziert sie in einer Reihe unterhalb der Siegpunkteleiste. Die ersten beiden Stufe 1 Auftragskarten werden dann vom Sprecher aufgedeckt. Damit ist der Spielaufbau beendet und das Spiel kann losgehen. Twilight Imperium wird über mehrere Runden gespielt, wobei jede Runde aus vier aufeinanderfolgenden Phasen besteht. Der Strategiephase, wo jeder Spieler eine Strategiekarte auswählt. Diese Karten geben den Spielern mächtige Fähigkeiten in der Aktionsphase und bestimmen die Zugreihenfolge in der Runde. Die Aktionsphase, wo die Spieler sich beispielsweise bewegen, produzieren, kämpfen und die Strategiekarten nutzen. Die Statusphase, in der einige Organisationsschritte abgehandelt werden. Und zuletzt der Agendaphase, wo die Spieler über politische Agenten abstimmen. Die Agendaphase wird dabei aber erst durchgeführt, wenn ein Spieler die Kontrolle über Megatollwax übernommen hat. Es werden so viele Runden gespielt, bis ein Spieler 10 bzw. 14 Siegpunkte gesammelt hat, abhängig davon, mit welcher Seite der Siegpunkteleiste die Spieler spielen. Dann endet das Spiel und der Spieler, der die 10 bzw. 14 Punkte gesammelt hat, hat das Spiel gewonnen. In der Strategiephase wählen die Spieler vom Sprecher aus und dann weiter im Uhrzeigersinn jeweils eine Strategiekarte aus und platzieren diese offen neben dem Fraktionsbogen. Nachdem eine Strategiekarte gewählt wurde, steht sie den anderen Spielern in dieser Spielrunde nicht mehr zur Verfügung. Die Zahl oben rechts auf der Karte gibt den Initiativwert an und bestimmt die Reihenfolge, in der die Spieler in der aktuellen Runde am Zug sein werden. Beginnend mit der 1 und abschließend mit der 8. Zu beachten ist, dass bei Partien mit 3 oder 4 Spielern jeder Spieler zwei Strategiekarten auswählt. In diesem Fall gilt, nachdem der letzte Spieler seine erste Strategiekarte genommen hat, wählt jeder Spieler erneut, beginnt mit dem Sprecher und dann weiter im Uhrzeigersinn eine zweite Strategiekarte aus. Nachdem jeder Spieler eine Strategiekarte gewählt hat, platziert der Sprecher eine Handelsware auf jeder nicht ausgewählten Strategiekarte. Sobald ein Spieler während einer zukünftigen Strategiephase eine Karte mit einer oder mehreren Handelswaren wählt, erhält er alle darauf liegenden Handelswaren. Bei 4 Spielern werden alle Karten ausgewählt, das heißt es werden keine Handelswarenmarker platziert. Die 8 Strategiekarten bringen neben ihren unterschiedlichen Initiativwerten von 1 bis 8 auch unterschiedliche Fähigkeiten mit sich. Nur der Spieler, der die Strategiekarte erhält, darf in der Aktionsphase die Primärfähigkeit der Strategiekarte abhandeln. Alle anderen Spieler können die Sekundärfähigkeit nutzen. Auf die Details der Strategiekarten gehe ich in der folgenden Aktionsphase bei der Erklärung der Strategieaktion ein. Nach der Strategiephase folgt die Aktionsphase, diese ist die Hauptphase der Runde. Während jener sind die Spieler in Initiativreihenfolge am Zug, beginnt mit der niedrigsten Initiativnummer. Im 3- oder 4-Spielerspiel, wo die Spieler zwei Strategiekarten halten, zählt die Karte mit dem niedrigsten Initiativwert für die Zugreihenfolge. Solange ein Spieler am Zug ist, wird er als aktiver Spieler bezeichnet und kann genau eine Aktion ausführen. Nachdem jeder Spieler einmal am Zug gewesen ist, beginnen die Spieler wieder von vorne, also in Initiativreihenfolge und führen erneut jeweils eine Aktion aus. Das wird so lange wiederholt, bis jeder Spieler gepasst hat. Es gibt dabei im Zug drei Aktionsarten, die man durchführen kann. Taktikaktionen, Strategieaktionen und Materialaktionen. Möchte ein Spieler während seines Zuges keine Aktionen durchführen, darf er passen. Wenn ein Spieler gepasst hat, wird sein Zug für den Rest der Aktionsphase übersprungen. Man darf allerdings erst passen, wenn man seine Strategieaktionen durchgeführt hat. Beziehungsweise bei einem 3- oder 4-Spielerspiel darf man erst passen, wenn man beide Strategiekarten erschöpft hat. Wurden die eigenen Strategieaktionen also noch nicht durchgeführt, kann man noch nicht passen. Mit einer Taktikaktion kann der aktive Spieler Schiffe bewegen, Kämpfe initiieren, auf Planeten einmarschieren, Einheiten produzieren und anderweitige Spielplaninteraktionen durchführen. Die Aktion besteht dabei aus fünf Schritten, Aktivierung, Bewegung, Raumkampf, Einmarsch und Produktion. Der aktive Spieler muss im ersten Schritt der Aktivierung ein System aktivieren, in dem er keinen Kommandomarker ausliegen hat. Dafür legt er einen Kommandomarker aus seinem Taktikpool in das gewählte System. Ab jetzt zählt dieses System als aktives System. Kommandomarker anderer Spieler hindern den aktiven Spieler nicht am Aktivieren eines Systems. Nur wenn schon ein eigener Kommandomarker im System liegt, kann der aktive Spieler das System nicht nochmal aktivieren. Hat ein Spieler keinen Marker mehr in seinem Taktikpool, kann er ebenso kein System aktivieren. Anschließend darf der aktive Spieler im Bewegungsschritt beliebig viele seiner Schiffe mit ausreichendem Bewegungswert aus beliebig vielen Systemen, in denen sich kein eigener Kommandomarker befindet, in das aktive System bewegen. Der Bewegungswert der Einheiten ist den Technologien auf der Fraktionstafel zu entnehmen. Entweder der Basiswert oder wenn schon eine Technologie aufgewertet wurde, der Wert der Aufwertungstechnologie. Diese Werte geben an, wie weit die Schiffe fliegen können, um das aktive System zu erreichen. Schiffe mit einem Bewegungswert von 1 können dabei nur in angrenzende Systeme fliegen. Wäre das aktive System in dem Beispiel hier weiter entfernt, könnte das Schiff hier mit dem Bewegungswert 1 nicht bewegt werden. Es darf wie erwähnt eine beliebige Anzahl eigener Schiffe bewegt werden, die ausreichend Bewegungsreichweite haben. Bei der Bewegung muss aber folgendes beachtet werden. Ein Schiff darf sich nicht durch Systeme hindurch bewegen, das Schiffe von anderen Spielern enthält. Eigene Schiffe in Systemen, in denen sich ein eigener Kommandomarker befindet, dürfen nicht aus diesen aktivierten Systemen herausbewegt werden. Die Schiffe dürfen sich aber durch Systeme hindurch bewegen, die eigene Kommandomarker enthalten. Schiffe, die einen Kapazitätswert angegeben haben, können bei ihrer Bewegung Bodentruppen und Jäger transportieren. Dabei kann eine beliebige Mischung aus Bodentruppen und Jägern in Höhe des Kapazitätswertes transportiert werden. Die transportierten Truppen bzw. Jäger werden zusammen mit dem Schiff in das aktive System bewegt. Sie bleiben bei ihrem Transportschiff im Weltraumbereich, wobei Bodentruppen im späteren Schritt Einmarsch auf Planeten landen können. Erlaubt es auch die Mitnahme von Bodentruppen und Jägern aus Systemen, die ein Schiff während seiner Bewegung durchquert, sofern in diesem System kein Kommandomarker des aktiven Spielers liegt. Dabei ist zu beachten, dass ein Spieler im Weltraumbereich eines Systems maximal so viele Bodentruppen und Jäger haben darf, wie es der aufsummierten Kapazität seiner Trägerschiffe entspricht. Neben dem Trägerschiffstyp können auch noch andere Schiffe wie zum Beispiel das Schlachtschiff Einheiten transportieren. Hat ein Spieler beispielsweise einen Träger der Stufe 1 im Weltraumbereich, kann er vier Jäger und Bodentruppen in beliebiger Mischung im Weltraumbereich des Systems haben. Bodentruppen auf Planeten sind irrelevant für das Limit. Sollte die Kapazität zu irgendeinem Zeitpunkt unter die Anzahl der Jäger und Bodentruppen im Weltraum fallen, weil beispielsweise ein Schiff zerstört wurde, werden alle überschüssigen Jäger bzw. Bodentruppen ebenso zerstört. Bei der Bewegung können auch Wurmlöcher verwendet werden. Systeme mit gleichartigen Wurmloch gelten in allen Belangen als angrenzend. Dabei gibt es Alpha- und Beta-Wurmlöcher. Alpha verbindet dabei nur zu Alpha-Wurmlöchern und Beta nur zu Beta-Wurmlöchern. Daneben gibt es noch Anomalien, die zu beachten sind. Schiffe dürfen ein Asteroinfeld oder eine Supernova nicht betreten oder durchqueren. In einen Nebel dürfen Schiffe hingegen hineinfliegen, aber sich nicht durch diesen hindurch bewegen. Sie können sich in einer späteren Bewegung dann aus dem Nebel heraus bewegen, haben dabei aber nur einen Bewegungswert von 1. Im Nebel selbst haben verteidigende Schiffe einen Bonus von plus 1 auf ihre Kampfwürfe. Schiffe, die sich in einem Gravitationsstrudel hinein oder durch diesen hindurch bewegen, erhöhen ihren Bewegungswert um 1. Für das Schiff wird allerdings unmittelbar vor Verlassen des Strudels ein Würfel geworfen und bei einem Wert von 1, 2 oder 3 ist das Schiff zerstört. Für transportierte Einheiten wird dabei nicht gewürfelt, sie sind aber ebenso zerstört, wenn das transportierende Schiff durch den Gravitationsstrudel zerstört wurde. Wahlweise kann sich der aktive Spieler aber auch im Bewegungsschritt dazu entscheiden, keine seiner Schiffe zu bewegen. Nachdem der aktive Spieler seine Schiffsbewegung als abgeschlossen angekündigt hat, unabhängig davon, ob er Schiffe bewegt hat oder nicht, dürfen alle Spieler beginnt mit dem aktiven Spieler die Fähigkeit Weltraumkanone ihre Einheiten im aktiven System abhandeln. Ob eine Einheit eine Weltraumkanone hat, findet ihr auf eurem Fraktionsbogen. Dies sind vor allem die planetaren Verteidigungssysteme, kurz PVS. Die Nutzung der Weltraumkanone nach einer Bewegung wird als Offensivfeuer der Weltraumkanone bezeichnet. Dafür würfelt der Spieler mit der Fähigkeit Weltraumkanone für jede seiner Einheiten mit der entsprechenden Fähigkeit. Jede Einheit mit Weltraumkanone bringt dabei einen Würfel mit, es sei denn, es ist ein Wert in Klammern aufgeführt. Dann steht der Wert in Klammern entsprechend für die Anzahl der Würfel, die für die Einheit zu werfen sind. Der Würfelwurf wird dann als Weltraumkanonenwurf bezeichnet. Jedes Würfelergebnis größer oder gleich dem Weltraumkanonenwert der Einheit zählt als Treffer. Bei dem PVS der Stufe 1 ist dies in der Regel bei einem Wert von 6 der Fall. Der Spieler, dessen Einheiten zum Ziel der Weltraumkanone gewählt wurden, muss für jeden Treffer, der gegen seine Einheiten erzielt wurde, eines seiner Schiffe im aktiven System wählen und zerstören. Spieler, die nicht der aktive Spieler sind, müssen auf die Einheiten des aktiven Spielers schießen. Der aktive Spieler wiederum kann mit seinen Weltraumkanonen einen Spieler wählen, dessen Einheiten er im aktiven System beschießt. Hat der getroffene Spieler Schiffe mit der Fähigkeit Schadensresistenz, kann er diese einsetzen und für jede Einheit mit dieser Fähigkeit einen Treffer negieren. Die Einheit mit der Schadensresistenz wird dann auf die Seite gekippt, um anzuzeigen, dass diese nun beschädigt ist. Eine beschädigte Einheit hat keinerlei Einschränkungen, sie kann allerdings in der laufenden Aktionsphase keine weitere Schadensresistenz anwenden. Wenn die Einheit zwischenzeitlich nicht zerstört wurde, wird sie später in der Statusphase automatisch wieder repariert. Sind Bewegung und das Offensivfeuer der Weltraumkanonen abgehandelt, folgt der Raumkampfschritt. Haben zwei Spieler Schiffe im aktiven System, muss ein Raumkampf abgehandelt werden. Sollte der aktive Spieler aber hingegen alleine Schiffe im System haben, überspringt er den Schritt des Raumkampfes. Zu beachten ist, während eines Kampfes werden Jäger und Bodentruppen eines Spielers im Weltraumbereich nicht auf die Kapazität angerechnet. Am Ende eines Kampfes werden aber jegliche überschüssige Einheiten entfernt und in den Nachschub des jeweiligen Spielers zurückgelegt. Hat einen Spieler Fähigkeiten, die vor dem Kampf einzusetzen sind, werden diese nun vor dem ersten Kampfschritt abgehandelt. Der Raumkampf selbst besteht aus fünf Schritten. Der Jägerabwehr, Rückzug ankündigen, Kampfwürfe ausführen, Treffer zuweisen und zurückziehen. Falls es die erste Raumkampfrunde ist, dürfen im ersten Schritt der Jägerabwehr die Spieler gleichzeitig die Fähigkeit Jägerabwehr ihrer Einheiten im aktiven System verwenden. Dabei dürfen diese Einheiten versuchen, gegnerische Jäger zu zerstören. Jeder Spieler würfelt dabei für jede seiner Einheiten mit der Jägerabwehrfähigkeit. Dieser Wurf wird als Jägerabwehrwurf bezeichnet. Jedes Würfelergebnis, das größer oder gleich dem Jägerabwehrwert der Einheit ist, erzielt einen Treffer. Die Fähigkeit Jägerabwehr hat dabei das Format Jägerabwehr X und in Klammern Y. Der erste X-Wert ist das minimale Würfelergebnis, um einen Treffer zu erzielen. Der zweite Wert Y ist die Anzahl der Würfel, die die Einheit mit der Fähigkeit werfen darf. Ein Zerstörer der Stufe 1 trifft in der Regel ab einem Wert von 9 und darf zwei Würfel werfen. Jeder Spieler muss für jeden Treffer, den sein Gegner mit dessen Jägerabwehrwurf erzielt hat, einen seiner Jäger im aktiven System wählen und zerstören. Überschüssige Treffer verfallen wirkungslos. Die Fähigkeit kommt dabei nur in der ersten Raumkampfrunde zum Einsatz. In allen folgenden Raumkampfrunden darf die Fähigkeit Jägerabwehr dann nicht mehr abgehandelt werden. Nach der Jägerabwehr dürfen im zweiten Schritt des Raumkampfes die Spieler beginnt mit dem Verteidiger ankündigen, ob sie sich zurückziehen möchten. Der Rückzug findet dabei aber nicht sofort statt, sondern erst im fünften Schritt des Raumkampfes. Wenn sich der Verteidiger zurückzieht, darf sich der Angreifer in dieser Kampfrunde nicht zurückziehen. Zu beachten ist, ein Spieler darf keinen Rückzug ankündigen, wenn es nicht mindestens ein zulässiges System für einen Rückzug gibt. Dazu später mehr. Danach werfen die Spieler im dritten Raumkampfschritt für jedes ihrer Schiffe im aktiven System einen Würfel. Ist das Würfelergebnis größer oder gleich dem Kampfwert der Einheit, hat der Wurf einen Treffer erzielt. Stehen neben dem Kampfwert einer Einheit zwei oder mehr Explosionssymbole, wirft man statt eines Würfels stattdessen einen Würfel pro Explosionssymbol. Hier würde das Flaggschiff der Emirate beispielsweise zwei Würfel werfen. Sind die Kampfwerte der anwesenden Schiffe unterschiedlich, wird für jeden Schiffstyp einzeln geworfen. Beginnt mit den Schiffen mit dem niedrigsten Kampfwert. Also zuerst alle Schiffe mit einem Kampfwert von 1, dann alle Schiffe mit einem Wert von 2, dann 3 und so weiter. Wenn ein Spieler über eine Fähigkeit zur Manipulation eines Würfelwurfes verfügt, ist diese unmittelbar nach dem Würfeln abzuhandeln. Beispielsweise wenn ein Spieler den Wurf für seine Kreuzer durchgeführt hat und diesen Wurf manipulieren kann, muss er diese Entscheidung treffen, bevor er den Kampfwurf für seine Zerstörer durchführt. Grundsätzlich werden in dem Schritt alle Kampfwürfe des Angreifers vor denen des Verteidigers durchgeführt. Im vierten Schritt des Raumkampfes muss jeder Spieler für jeden erzielten Treffer des Gegners eines seiner Schiffe im aktiven System wählen und zerstören. Zerstörte Einheiten werden vom Spielplan entfernt und in den Nachschub des Spielers zurückgelegt. Unmittelbar vor dem Zuweisen des Schadens können die Spielereinheiten mit der Fähigkeit Schadensresistenz einsetzen. Pro verwendeter Schadensresistenzfähigkeit wird ein Treffer den die Einheiten des Gegners erzielt haben negiert. Dann wird die Einheit mit der Schadensresistenz zur Seite gekippt, um anzuzeigen, dass sie beschädigt ist. Im fünften Schritt des Raumkampfes führen die Spieler, die im vorangegangenen zweiten Schritt der Kampfrunde ihren Rückzug angekündigt haben, nun ihren Rückzug durch. Sofern es immer noch ein zulässiges System gibt, in das sich die Einheiten zurückziehen können. Der Spieler muss den Rückzug antreten, wenn er diesen Schiffen angekündigt hat. Sollte aber der Gegner inzwischen keine Schiffe mehr im System haben, endet der Kampf sofort und es gibt keinen Rückzug. Um sich zurückzuziehen, nimmt der Spieler alle seiner am Kampf beteiligten Schiffe mit Bewegungswert und bewegt sie in ein einzelnes System, das an das aktive System angrenzt. Alle Jäger und Bodentruppen des Spielers, die sich im Weltraumfeld des aktiven Systems befinden und sich nicht bewegen oder transportiert werden können, werden entfernt. Das zum Rückzug gewählte System muss mindestens eine Einheit des Spielers oder einen von ihm kontrollierten Planeten oder beides enthalten. Des Weiteren dürfen dort keine Schiffe anderer Spieler sein. Falls sich Einheiten zurückziehen konnten, muss der Spieler einen seiner Kommandomarke aus seinem Nachschub in das System legen, in das er sich zurückgezogen hat. Wenn dort schon einer liegt, platziert er keinen weiteren. Sollten noch beide Spieler nach dem Rückzugsschritt Schiffe im aktiven System haben, wird eine weitere Raumkampfrunde abgehandelt. Die zweite und folgende Runden beginnen dabei mit dem zweiten Schritt Rückzug ankündigen. Eine Jägerabwehr findet wie erwähnt nicht mehr statt. Der Raumkampf endet, sobald nur noch ein Spieler oder kein Spieler mehr Schiffe im Weltraumbereich des aktiven Systems hat. Der Spieler, der noch mindestens ein Schiff am Ende des Kampfes im System hat, ist der Gewinner des Kampfes, der andere der Verlierer. Haben beide Spieler keine Schiffe mehr, gibt es keinen Gewinner und es ist ein Unentschieden. Nach dem dritten Schritt der Taktikaktion des Raumkampfes folgt im vierten Schritt der Taktikaktion der Einmarsch. Dieser besteht aus fünf Schritten, dem Bombardement, dem Entsenden von Bodentruppen, dem Defensivfeuer der Weltraumkanone, dem Bodenkampf und der Kontrollübernahme. Im ersten Schritt kann der aktive Spieler die Fähigkeit Bombardement von beliebig vielen seiner Einheiten verwenden. Damit kann er versuchen, die Bodentruppen des Gegners zu zerstören. Für jede seine Einheit mit der Fähigkeit Bombardement wählt er einen Planeten aus, den er bombardieren möchte. Wie viele Würfel er werfen darf, hängt von der Angabe in der Klammer hinter dem Stichwort Bombardement ab. Befindet sich keine Klammerangabe hinter der Fähigkeit, wird nur ein Würfel geworfen. Die erste Zahl vor der Klammer ist dabei die Angabe, ab wann das Wurfergebnis ein Treffer ist. Der Wurf wird dann als Bombardement-Wurf bezeichnet. Der aktive Spieler kann auch mehrere Planeten in dem System angreifen, allerdings muss er vor dem Bombardement-Wurf jeweils ansagen, welche Einheit welchen Planeten bombardiert. Jedes Würfelergebnis, das größer oder gleich dem Bombardement-Wert der Einheit ist, ist ein Treffer. Der kontrollierende Spieler des bombardierten Planeten wählt für jeden Treffer eine seiner Bodentruppen auf dem Planeten aus und zerstört sie. Etwaige überschüssige Treffer verfallen. Zu beachten ist, Planeten, die eine Einheit mit der Fähigkeit Planetarer Schild enthalten, dürfen nicht bombardiert werden. Sie schützen den Spieler also vor gegnerischen Einheiten mit der Fähigkeit Bombardement. Hierbei sei aber ergänzt, dass eine Einheit, und zwar die Kriegssonne, die Fähigkeit Planetarer Schild aller gegnerischer Einheiten im gleichen System aufhebt. Im zweiten Schritt des Einmarschs kann der aktive Spieler, wenn er Bodentruppen im Weltraumbereich des aktiven Systems hat, beliebig viele davon zur Landung auf dem Planeten entsenden. Diese Bodentruppen platziert er dann auf den gewählten Planeten. Der Planet darf dabei auch Bodentruppen eines anderen Spielers enthalten. Wenn ein Spieler keine Bodentruppen entsendet, überspringt er den restlichen Einmarsch und geht direkt zum fünften Schritt der Taktikaktion der Produktion über. Sollte der aktive Spieler aber Bodentruppen entsendet haben, können im dritten Schritt des Einmarschs Einheiten mit der Fähigkeit Weltraumkanone ihre Fähigkeit gegen die entsandten Bodentruppen verwenden. Dies wird dann als Defensivfeuer der Weltraumkanone bezeichnet. Ähnlich wie beim Offensivfeuer wird beim Defensivfeuer beim Weltraumkanonenwurf die Anzahl der Würfel in der Klammer geworfen und bei einem Ergebnis gleich oder höher des Weltraumkanonenwerts wird ein Treffer erzielt. Für jeden Treffer muss der aktive Spieler eine seiner Bodentruppen zerstören, die er auf dem Planeten mit der Weltraumkanoneneinheit entsandt hat. Im vierten Schritt des Einmarsches folgt der Bohnenkampf. Falls der aktive Spieler Bodentruppen auf einem Planeten im System hat, auf dem sich Bodentruppen eines anderen Spielers befinden, wird dort ein Kampf abgehandelt. Wenn mehrere Kämpfe abzuhandeln sind, wählt der aktive Spieler die Reihenfolge. Jeder Spieler wirft dabei einen Würfel für jeden Bodentrupp, den er auf dem Planeten hat. Dies wird dann als Kampfwurf bezeichnet. Sollten neben dem Kampfwert einer Einheit zwei oder mehr Explosionssymbole stehen, wirft man stattdessen ein Würfel je Explosionssymbol. Ist das Würfelergebnis gleich oder größer als der Kampfwert der Einheit, hat die Einheit einen Treffer erzielt. Jeder Spieler muss für jeden Treffer seines Gegners eine seiner Bodentruppen auf dem Planeten wählen und zerstören. Die zerstörten Einheiten werden dann zurück in den Nachschub gelegt. Nachdem die Treffer zugeteilt wurden, wird überprüft, ob beide Spieler noch Bodentruppen auf dem Planeten haben. Wenn ja, wird eine neue Kampfrunde abgehandelt und die Spieler führen erneut ihre Kampfwürfe für die verbleibenden Einheiten durch. Wenn ein Spieler oder beide keine Bodentruppen mehr auf dem Planeten haben, endet der Kampf. Der Spieler, der noch mindestens einen Bodentrupp nach Kampfende auf dem Planeten hat, ist der Gewinner des Kampfes, der andere der Verlierer. Haben beide Spieler keine Truppen mehr auf dem Planeten, gibt es keinen Gewinner, der Kampf endet im Unentschieden. Im fünften Schritt des Einmarsches erlangt der aktive Spieler die Kontrolle über jeden Planeten, auf den er Bodentruppen entsandt hat, wenn er dort noch immer mindestens eine seiner Bodentruppen hat. Alle Gebäude anderer Spieler auf dem Planeten werden nach Kontrollübernahme sofort zerstört. Der aktive Spieler erhält dann noch die zugehörige Planetenkarte und erschöpft diese, das heißt er dreht sie auf die verdeckte Rückseite. Auch wenn auf dem Planeten kein Kampf stattgefunden hat, erhält der aktive Spieler die Planetenkarte im erschöpften Zustand. Hat der Verteidiger allerdings den Planeten erfolgreich verteidigt, behält er die Kontrolle. Sollten beide Spieler alle ihre Einheiten im Kampf verloren haben, behält der Verteidiger ebenso die Kontrolle. Um die Kontrolle dann anzuzeigen, legt der Verteidiger einen seiner Kontrollmarker auf dem Planeten aus. Nachdem der Einmarsch abgehandelt ist, wird als letzter, fünfter Schritt der Taktikaktion vom aktiven Spieler die Produktion abgehandelt. Den Schritt Produktion kann der aktive Spieler durchführen, unabhängig davon, ob er in der Taktikaktion Einheiten bewegt hat oder Bodentruppen gelandet sind. Er kann die Fähigkeit Produktion seiner Einheiten im aktiven System nutzen. Dies sind vor allem die Raumwerften. Hinter der Produktionsfähigkeit ist immer ein Wert angegeben, der bestimmt, wie viele Einheiten maximal produziert werden können. Der Wert x, der Raumwerft, hängt dabei vom Ressourcenwert des Planeten ab, auf dem sich die Werft befindet, plus 2. In diesem Beispiel hier wäre der Ressourcenwert des Planeten 2, plus 2 ergibt einen Produktionswert von 4. Der Produktionswert gibt also das Limit der zu produzierenden Einheiten vor. Hat der aktive Spieler mehrere Einheiten mit Produktion im System, bestimmt die Summe ihrer Produktionswerte das Maximum der Einheiten, die er produzieren kann. Die Kosten der Einheiten hingegen können von dem Fraktionsbogen entnommen werden. Dabei darf der aktive Spieler beliebige Einheiten von seinem Fraktionsbogen wählen und produzieren, sofern er das Limit des Produktionswertes nicht überschreitet und Ressourcen in Höhe der gesammelten Kosten der produzierten Einheiten bezahlt. Über wie viele Ressourcen ein Spieler verfügt, hängt unter anderem von seinen kontrollierten Planeten ab. Der gelb umrandete Wert auf einer Planetenkarte gibt dabei den Ressourcenwert an. Man kann dabei die Ressourcen eines Planeten ausgeben, indem man die Karte erschöpft, das heißt sie auf die Rückseite dreht. Am Ende einer Runde werden die Karten dann wieder spielbereit gemacht, aber für die laufende Runde können die Ressourcen des Planeten nicht nochmal verwendet werden. Ebenso können die Spieler zusätzlich eine Handelsware ausgeben, als wäre sie eine Ressource. Stehen neben den Kosten zwei Symbole, was normalerweise für Jäger oder Bodentruppen der Fall ist, produziert man für die angegebenen Kosten zwei Exemplare der Einheit. Also beispielsweise für die Kosten von 1, 2 Jäger oder 2 Bodentruppen. Zu beachten ist aber, beim Produzieren von Jägern und Infanterie wird jedes einzelne Exemplar auf das Produktionslimit der produzierenden Einheit angewandt. Also beim Beispiel eines Produktionswertes von 4 und dem Produzieren von Jägern für eine Ressource erhält man zwei Jäger und kann dann noch 4 minus 2, zwei Einheiten produzieren. Es besteht auch die Möglichkeit, nur ein Jäger oder eine Infanterie zu bauen, allerdings muss man trotzdem die vollen Kosten bezahlen. Wenn keine Kosten angegeben sind, kann die Einheit nicht im Produktionsschritt produziert werden. Gebäude haben beispielsweise keine Kosten und werden im Rahmen der Strategiekarte Infrastruktur platziert. Dazu später mehr. Nachdem die Kosten beglichen wurden, werden gebaute Schiffe im Weltraumbereich des aktiven Systems platziert. Produzierte Bodentruppen muss der aktive Spieler auf einen Planeten setzen, der die Fähigkeit Produktion verwendet hat. Zu beachten ist, dass ein Spieler ein System, welches die Schiffe anderer Spieler enthalten, keine Schiffe produzieren darf. Bodentruppen können aber trotzdem in diesen Systemen produziert werden. Nach dem Abhandeln der Produktion ist die Taktikaktion dann abgeschlossen. Nochmal zusammengefasst, führt der aktive Spieler eine Taktikaktion aus, aktiviert er zuerst ein System seiner Wahl, wo sich keiner seiner Kommandomarker befindet und platziert einen seiner Kommandomarker aus dem Taktikpool im gewählten System. Als zweites bewegt er beliebig viele Schiffe mit ausreichendem Bewegungswert in das aktivierte System. Je nach verfügbarer Kapazität kann er noch Bodentruppen und Jäger mitnehmen. Anomalien und gegnerische Schiffe sind bei der Bewegung zu beachten. Nach der Bewegung können die Weltraumkanonen im Offensivfeuer eingesetzt werden. Wenn jetzt noch zwei Spieler Schiffe im aktiven System haben, gibt es einen Raumkampf. Dieser startet mit der Jägerabwehr, danach folgt die Rückzugsankündigung, das Durchführen der Kampfwürfe, das Zuweisen der Treffer und das letztendliche Zurückziehen. Es werden dabei so viele Kampfrunden wiederholt, bis nur noch ein oder kein Spieler Schiffe im aktiven System hat. Nach dem Raumkampf folgt dann der Einmarsch. Dieser beginnt mit dem Bombardement, danach folgt die Entsendung der Bodentruppen, das Defensivfeuer der Weltraumkanonen, der Bodenkampf und die Kontrollübernahme. Beim Bodenkampf werden auch so viele Runden gekämpft, bis nur noch ein oder kein Spielertruppen auf dem Planeten übrig hat. Die erhaltenen Planetenkarten in der Kontrollübernahme erhält ein Spieler immer erschöpft, unabhängig davon, ob gekämpft wurde. Als letztes wird dann noch in der Taktik Aktionen produziert. Dabei können so viele Einheiten produziert werden, wie der Produktionswert des Spielers angibt. Dieser wird in der Regel von den Raumwerften vorgegeben. Bezahlt werden die Kosten der produzierten Einheiten mit den Ressourcen von den Planetenkarten und mit Handelswaren. Das Ausführen einiger Schritte der Taktik Aktionen ist dabei optional, beispielsweise muss der aktive Spieler keine Schiffe bewegen oder produzieren. Allerdings müssen die Schritte in der Taktik Aktion immer in der hier genannten Reihenfolge abgehandelt werden. Innerhalb der Taktik Aktionen sind auch die Regeln für das Megatoll-Wax-System zu beachten. Dieses befindet sich in der Mitte des Spielfeldes und zu Spielbeginn wurde dort der Hütermarker platziert. Einheiten können, solange der Hütermarker in Megatoll-Wax liegt, sich ungehindert in dieses System bewegen. Allerdings können sie nicht auf dem Planeten landen, solange der Marker noch ausliegt. Um den Marker zu entfernen, muss der aktive Spieler sechs Einfluss ausgeben und im Anschluss sofort mit Bodentruppen auf dem Planeten landen. Kann er keine sechs Einfluss ausgeben, darf er auch keine Bodentruppen auf dem Planeten entsenden. Die Kontrolle über Megatoll-Wax kann der Spieler im Rahmen einer normalen Taktik-Aktion übernehmen. Sobald ein Spieler den Hütermarker entfernt hat, legt er ihn in seinen Spielbereich und erhält direkt einen Siegpunkt. Dieser Siegpunkt kann ihn auch im Laufe des Spiels, selbst wenn er die Kontrolle über Megatoll-Wax verliert, nicht mehr abgenommen werden. Ab jetzt tagt der Galaktische Rat auf Megatoll-Wax und die Agenda-Phase wird als letzte Phase in jeder Spielrunde angehängt. Dies gilt auch schon sofort in der Runde, wo die Kontrolle über Megatoll-Wax erlangt wurde. Dazu später mehr bei der Agenda-Phase. Alternativ zu einer Taktik-Aktion kann der aktive Spieler eine Strategie-Aktion ausführen, um die Primärfähigkeit einer eigenen Strategie-Karte abzuhandeln. Nachdem der aktive Spieler die Primärfähigkeit seiner Karte abgehandelt hat, darf jeder andere Spieler, beginnt mit dem Spieler links vom aktiven Spieler und dann weiter im O-Zeigersinn, die Sekundärfähigkeit der Karte nutzen. Es besteht dabei aber keine Pflicht, die Sekundärfähigkeit zu verwenden. Die anderen Spieler können auch darauf verzichten. Zu beachten ist, der aktive Spieler darf die Sekundärfähigkeit der Karte nicht nutzen. Egal ob primär oder sekundär, die Fähigkeiten werden immer von oben nach unten abgehandelt. Nachdem jeder Spieler die Gelegenheit zum Abhandeln der Sekundärfähigkeit hatte, erschöpft der aktive Spieler die Strategie-Karte, das heißt er dreht sie auf die Rückseite. Die Strategie-Aktion der Karte kann diese Runde dann nicht nochmal verwendet werden. Die Rückseite der Karte gibt aber nach wie vor den Initiativwert für die Spieler-Reihenfolge an. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Spieler vor sich nur noch erschöpfte Strategie-Karten liegen hat, kann er auch wahlweise, wenn er im Zug ist, für den Rest der Runde passen. Im Folgenden ein Überblick zu den acht Strategie-Karten. Die Karte Führungsstärke bringt den Spielern mehr Kommando-Marker. Der Spieler, dem die Strategie-Karte gehört, erhält drei Kommando-Marker. Zusätzlich kann er je drei ausgegebene Einflusspunkte noch einen weiteren Kommando-Marker erhalten. Die anderen Spieler können, beginnt mit dem Spieler links vom aktiven Spieler und dann weiter im Uhrzeigersinn als Sekundärfähigkeit ebenso für je drei Einflusspunkte einen Kommando-Marker bekommen. Mit den Kommando-Markern kann man in der Aktionsphase mehr Aktionen durchführen. Sobald man einen Kommando-Marker erhält, wählt man für jeden erhaltenen Marker einen Pool auf dem Kommando-Bogen, wo man ihn platziert. Diplomatie kann dazu genutzt werden, andere Spieler davon abzuhalten, ein eigenes System zu aktivieren. Die Primärfähigkeit erlaubt es dem besitzenden Spieler, ein System, in dem er einen Planeten kontrolliert, zu wählen, außer Megatory Wax, in das alle anderen Spieler einen ihrer Kommando-Marker aus ihrem Nachschub legen müssen. Damit wird angezeigt, dass sie hier keine Aktionen mehr durchführen können. Zusätzlich kann der besitzende Spieler bis zu zwei seiner erschöpften Planeten wieder spielbereit machen. Die anderen Spieler können einen Marker aus ihrem Strategie-Pool ausgeben, um bis zu zwei ihrer erschöpften Planeten wieder spielbereit zu machen. Mit der Karte Politik kann der aktive Spieler einen neuen Sprecher bestimmen, der dann den Sprechermarker erhält. Dies muss ein anderer Sprecher sein als der bisherige. Der Spieler kann dabei aber auch sich selbst wählen, wenn er nicht vorher schon den Sprechermarker hielt. Ebenso durch die Primärfähigkeit erhält der Spieler zwei Aktionskarten. Diese nimmt er dann auf seine Hand und hält er verdeckt vor seinen Mitspielern. Er sieht sich dann noch die obersten zwei Karten des Agenda-Stapels an und platziert dann die gesehenen Karten entweder auf oder unter dem Stapel in einer eigens gewählten Reihenfolge. Die Sekundärfähigkeit erlaubt es anderen Spielern für das Ausgeben eines Markers aus dem Strategie-Pool zwei Aktionskarten zu ziehen. Mit der Infrastrukturkarte können die Spieler Gebäude auf kontrollierten Planeten bauen. Im Rahmen der Primärfähigkeit kann der aktive Spieler entweder einen PVS oder eine Raumwerft auf einem eigens kontrollierten Planeten platzieren. Des Weiteren platziert er zusätzlich noch einen PVS auf einem kontrollierten Planeten. In Summe platziert der aktive Spieler also zwei Gebäude. Die Gebäude können dabei auf dem gleichen oder verschiedenen Planeten platziert werden. Daneben können sie in beliebige Systeme gesetzt werden, auch unabhängig davon, ob dort eigene Kommandomarker liegen oder nicht. Alle anderen Spieler können für das Ausgeben eines Markers aus dem Strategie-Pool diesen ausgegebenen Marker in einem beliebigen System platzieren und dort entweder einen Raumwerft oder einen PVS auf einem kontrollierten Planeten setzen. Wenn in dem gewählten System schon ein Marker liegt, wird der Kommandomarker des Spielers stattdessen in seinen Nachschub gelegt. Das heißt, die anderen Spieler aktivieren mit der Sekundärfähigkeit auch das gewählte System. Generell erlauben Raumwerften den Bau von Einheiten in dem jeweiligen System. PVS tragen zur Verteidigung von Systemen bei. Jeder Planet darf dabei maximal zwei PVS-Einheiten und eine Raumwerft enthalten. Die Strategie Karte Handel bringt einem Spieler drei Handelswaren und das Auffüllen seiner Massenprodukte. Daneben darf der Spieler eine beliebige Anzahl anderer Spieler auswählen, die die Sekundärfähigkeit der Handelskarte ohne Ausgabe eines Kommandomarkers nutzen müssen. Die Sekundärfähigkeit erlaubt das Auffüllen der Massenprodukte für das Ausgeben eines Kommandomarkers aus dem Strategie-Pool, sofern der eigene Vorrat durch die Verwendung der Primärfähigkeit vom aktiven Spieler nicht bereits aufgefüllt wurde. Zum Auffüllen werden so viele Massenproduktmarker in das Feld auf den Fraktionsbogen gelegt, bis der aufgedruckte Maximalwert erreicht ist. Kein Spieler darf dabei mehr Massenprodukte haben, als es sein Maximalwert vorgibt. Handelswaren sind eine universelle Währung. Eine Handelsware kann im Spiel anstelle einer Ressource oder eines Einflusses ausgegeben werden. Massenprodukte sind hingegen für Spieler, die sie besitzen, wertlos. Werden sie aber an andere Spieler gegeben, werden diese zu Handelswaren. Daher sind Handelswaren und Massenprodukte mit den gleichen doppelseitig bedruckten Markern dargestellt, einer Handelswaren und einer Massenproduktseite. Die Marker gibt es dabei in den Werten 1 und 3. Die Kriegsführung erlaubt es, einen beliebigen eigenen Kommandomarker vom Spielplan zu entfernen und danach erhält der Spieler einen Kommandomarker. Durch das Entfernen eines Markers aus einem System kann der aktive Spieler beispielsweise seine Schiffe bis zu zweimal bewegen, die normalerweise nach einer Bewegung durch den Kommandomarker gebunden wären. Er darf dann noch beliebig viele seiner Kommandomarker auf dem Kommandobogen umverteilen. Im Rahmen der Sekundärfähigkeit können alle anderen Spieler einen Marker aus dem Strategiepol ausgeben, um die Fähigkeit Produktion einer eigenen Raumwerft im Heimatsystem zu verwenden. Der ausgegebene Marker wird dabei nicht in das Heimatsystem gelegt, sondern er kommt in den Vorrat zurück. Die Technologie-Strategie-Karte lässt durch die Primärfähigkeit eine Technologie erforschen. Danach kann man sechs Ressourcen ausgeben, um eine weitere Technologie zu erforschen. Die anderen Spieler können für das Ausgeben eines Markers aus dem Strategiepol und dem Bezahlen von vier Ressourcen eine Technologie erforschen. Die Technologien bringen dabei permanente Fähigkeiten oder Aufwertungen für die Einheiten mit sich. Jeder Spieler verfügt über einen identischen Technologiestapel, den er jederzeit durchsägen kann. Daneben hat jeder Spieler noch zwei fraktionsspezifische Technologiekarten. Die Technologien sind dabei in vier Farben bzw. Typen unterteilt. Antriebstechnik, Kybernetik, Biotechnik und Militärtechnik. Die Farben bzw. Typen und ihre zugehörigen Symbole sind für das Erforschen neuer Technologien relevant. Um eine Technologie erforschen zu können, muss man ihre Voraussetzungen erfüllen. Diese sind am Kartenrand unten links aufgeführt. Dort sind entweder keine, eins oder mehrere Symbole aufgeführt. Ist kein Symbol angegeben, hat die Technologie keine Voraussetzung zur Erforschung. Sind aber Symbole aufgeführt, muss man bereits Technologien dieses Typs besitzen, um die neue Technologie erforschen zu können. Um beispielsweise den Abwehrschirm erforschen zu können, muss ein Spieler schon mindestens eine rote Militärtechnik Technologie erforscht haben. Für die Aufwertung des planetaren Verteidigungssystems benötigt ein Spieler eine gelbe Kybernetik und eine rote Militärtechnik Technologie. Bei Aufwertungstechnologien ist zu beachten, dass diese zwar Voraussetzungen haben, aber ihrerseits nicht zum Erfüllen von Voraussetzungen beitragen. Dies ist der Fall, da sie kein Technologiesymbol in der unteren rechten Ecke haben. Einige Planeten bringen auch Technologiespezialisierungen mit. Der Spieler, der einen solchen Planeten kontrolliert, kann die Voraussetzung für ein benötigtes Technologiesymbol auch durch das Erschöpfen einer Planetenkarte mit dem passenden Symbol erfüllen. Auf solche Art und Weise erschöpfte Planetenkarten können nicht zeitgleich zum Bezahlen der Ressourcenkosten für eine Technologie verwendet werden. Zur Erinnerung, die Ressourcenkosten der Technologie hängen von der Quelle ab, durch die man die Technologiekarte erforschen darf. Beispielsweise bei der Sekundärfähigkeit der Strategiekarte muss man vier Ressourcen abgeben. Erforschte Technologien sind dann im Besitz des Spielers und werden offen in seinen Spielbereich gelegt. Bis zum Ende des Spiels können die Fähigkeiten der Karte verwendet werden. Aufwertungstechnologien beziehen sich auf eine spezifische Einheit, für die die Basistechnologie schon auf dem Fraktionsbogen zu finden ist. Erforscht man eine Aufwertungstechnologie, legt man sie auf den Fraktionsbogen und überdeckt damit die Basistechnologie. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Einheiten des Spielers, egal ob auf dem Spielplan oder noch in seinem Nachschub, die neuen Attribute der Aufwertungstechnologie. Die Imperiumskarte erlaubt die Wertung eines öffentlichen Auftrages, dessen Anforderungen man erfüllt. Jeder öffentliche Auftrag darf grundsätzlich von jedem Spieler gewertet werden, auch wenn dieser schon vorher von anderen Spielern gewertet wurde. Nach der Wertung platziert der aktive Spieler einen seiner Kontrollmarker auf dem Auftrag, um anzuzeigen, dass er diesen nun gewertet hat und er ihn kein weiteres Mal im Spiel werten kann. Sollte der aktive Spieler Megatoll Rex kontrollieren, erhält er zusätzlich noch einen Siegpunkt. Wenn dies nicht der Fall ist, zieht er stattdessen einen geheimen Auftrag. Die anderen Spieler können im Rahmen der Sekundärfähigkeit für das Ausgeben eines Markers aus dem Strategiepool einen geheimen Auftrag ziehen. Als dritte Aktionsmöglichkeit kann der aktive Spieler eine Materialaktion durchführen. Diese sind auf verschiedenen Spielmaterialien zu finden, wie beispielsweise den Fraktionsbögen, Aktionskarten oder anderen Karten. Zu erkennen sind diese an dem vorangestellten Stichwort Aktion. Der aktive Spieler liest den Text der gewählten Aktion laut vor und handelt die beschriebenen Anweisungen dann ab. Wichtig zu beachten ist, dass eine Materialaktion nicht abgehandelt werden darf, wenn eine vollständige Abhandlung ihrer Fähigkeit nicht möglich ist. Daneben darf man innerhalb eines erlaubten Zeitfensters nicht mehrere gleichnamige Aktionskarten spielen, welche dieselben Einheiten oder Spieleffekte betreffen. Beispielsweise kann die Stärkung der Truppenmoral nicht doppelt gespielt werden, um zweimal die Ergebnisse der Kampfwürfe in derselben Kampfrunde zu erhöhen. Sollte die gespielte Karte negiert worden sein, gilt sie als nicht gespielt und hat keinen Effekt. Sie wird wirkungslos abgelegt. Neben den drei Aktionsmöglichkeiten kann der aktive Spieler in seinem Zug auch Transaktionen und Geschäfte mit anderen Spielern durchführen. Mittels Transaktionen können Massenprodukte, Handelswaren und Vertragskarten ausgetauscht werden. Dies ist aber nur mit den Nachbarn in der Galaxie möglich und dabei darf mit jedem Nachbarn in jedem Zug auch nur maximal eine Transaktion durchgeführt werden. Davon abgegrenzt können die Spieler Geschäfte miteinander durchführen. Dies sind Absprachen, die über eine Transaktion hinausgehen können, beispielsweise nicht Angriffspakte. Geschäfte können die Spieler mit jedem Mitspieler durchführen, auch wenn sie nicht benachbart sind. Sollte das Geschäft aber eine Transaktion enthalten, das heißt den Tausch von Massenprodukten, Handelswaren oder einer Vertragskarte, so ist dies nur mit Nachbarn möglich. Die Geschäfte werden nochmals in bindende Geschäfte und nicht bindende Geschäfte unterteilt. Können die Abmachungen sofort erfüllt werden, ist das Geschäft bindend. Ist aber mindestens ein Teil der Abmachung erst in der Zukunft erfüllbar, ist das Geschäft nicht bindend. Falls ein Spieler in einem System eine Einheit oder einen Planeten kontrolliert und ein anderer Spieler in einem angrenzenden System eine Einheit oder einen Planeten kontrolliert, sind diese beiden Spieler Nachbarn. Mit seinen Nachbarn darf der aktive Spieler im Rahmen von Transaktionen beliebig viele Handelswaren und Massenprodukte austauschen. Übergibt einen Spieler Massenprodukte, werden diese für den Spieler, der sie erhält, zur Handelswaren. Pro Zug darf der aktive Spieler mit jedem seiner Nachbarn aber nur einmal verhandeln. Im Rahmen einer Transaktion kann ein Spieler seinem Verhandlungspartner auch eine Vertragskarte anbieten. Auf jeder Vertragskarte ist ein Effekt aufgeführt, sowie der Zeitpunkt, zu dem dieser abgehandelt wird. Das Abhandeln der eigenen Vertragskarten ist dabei nicht möglich. Jeder Spieler darf nur Vertragskarten abhandeln, die er im Rahmen von Transaktionen von anderen Spielern erhalten hat. Pro Transaktion darf aber maximal eine Vertragskarte weitergegeben werden. Erlaubt ist dabei auch die Weitergabe von Vertragskarten, die man von anderen Spielern erhalten hat. Die Zustimmung des ursprünglichen Besitzers ist dafür nicht erforderlich. Wenn eine Vertragskarte an ihren ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wird, darf dieser jene im Rahmen zukünftiger Transaktionen erneut an andere Spieler geben. Abgegrenzt von den Transaktionen gibt es die Geschäfte, die sich in Binde- und Nichtbindegeschäfte unterteilen. Bei bindenden Geschäften sind die Spieler verpflichtet, ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Dies ist der Fall, wenn der Effekt sofort abgehandelt werden kann, beispielsweise wenn der aktive Spieler in ein System fliegt, wo ein anderer Spieler eine PVS-Einheit hat. Dann kann er diesem Spieler zum Beispiel eine Handelsware anbieten, um nicht mit seiner PVS auf ihn zu feuern. Nimmt der andere Spieler dieses Geschäft an, ist es bindend und er muss sich an die Absprache halten und nicht feuern, da er den Effekt sofort abhandeln kann. Bezieht sich ein Teil der Abmachung aber auf einen Zeitpunkt in der Zukunft, der nicht sofort abgehandelt werden kann, spricht man von einem nicht bindenden Geschäft. Bietet ein Spieler beispielsweise eine Handelsware, damit ein anderer Spieler ihn in der Zukunft nicht angreift, kann der Effekt nicht sofort abgehandelt werden. Der Spieler, der die Handelsware erhalten hatte und seinerzeit zusagte, dass er nicht angreift, ist nicht dazu verpflichtet, später diese Abmachung einzuhalten. Er kann sich also nach Belieben entscheiden, sich an das Geschäft zu halten oder dagegen zu verstoßen. Haben alle Spieler in der Aktionsphase gepasst, folgt als dritte Phase in der Runde die Statusphase. Dafür werden die folgenden Schritte durchgeführt. Als erstes wertet man die Aufträge. In Initiativreihenfolge darf jeder Spieler bis zu einen öffentlichen und einen geheimen Auftrag werten, dessen Anforderungen er erfüllt. Der Spieler rückt dann so viele Punkte auf der Siegpunkteleiste vor, wie die erfüllten Aufträge angeben. Dies ist die gängigste Methode, um Siegpunkte zu erhalten. Auf den Auftragskarten ist der Zeitpunkt angegeben, wann diese zu werten sind, also beispielsweise in der Aktionsphase oder in der Statusphase. In dem Schritt in der Statusphase werden also nur die Aufträge gewertet, die in der Statusphase zu werten sind. Dabei ist auf jeder Auftragskarte genau beschrieben, welche Anforderungen man erfüllen muss, um den Auftrag zu erfüllen und wie viele Siegpunkte man dafür erhält. Wird beispielsweise verlangt, Ressourcen, Einfluss oder Marke auszugeben, muss man die angegebenen Kosten entsprechend zum aufgeführten Zeitpunkt bezahlen. Wichtig zu beachten ist, dass ein Spieler, der nicht mehr alle Planeten in seinem Heimatsystem kontrolliert, keine öffentlichen Aufträge mehr werten darf. Geheime Aufträge darf der Spieler aber weiterhin noch werten. Jeder öffentliche Auftrag darf dabei von beliebig vielen Spielern gewertet werden. Nach der Wertung platziert ein Spieler einen seiner Kontrollmarker auf dem Auftrag, um anzuzeigen, dass er diesen bereits gewertet hat und kein weiteres Mal im Spiel werten darf. Gewertete geheime Aufträge legen die Spieler offen vor sich aus und legen dann einen Kontrollmarker drauf. Die Spieler können nur ihre eigenen Geheimaufträge werten, nicht aber jene der anderen Spieler, auch wenn diese bereits vor ihnen aufgedeckt ausliegen. Ebenso zu beachten ist, dass die Spieler maximal drei geheime Aufträge besitzen dürfen, wobei sowohl die bereits erfüllten Geheimaufträge als auch die auf der Hand in das Limit von drei hinein zählen. Hat ein Spieler beispielsweise schon zwei geheime Aufträge erfüllt, kann er nur noch einen geheimen Auftrag auf der Hand halten. Das bedeutet auch, wenn kein anderslautender Spieleffekt gilt, dass ein Spieler nicht mehr als drei geheime Aufträge erfüllen kann. Zieht ein Spieler einen vierten Geheimauftrag, muss er einen seiner nicht gewerteten Geheimaufträge auf den Stapel zurücklegen und diesen dann mischen. Als zweites in der Statusphase deckt der Spieler einen noch nicht aufgedeckten öffentlichen Auftrag auf. Der Sprecher darf dabei keine Stufe 2 Karte aufdecken, wenn noch nicht alle Stufe 1 Karten aufgedeckt wurden. Gibt es zu Beginn dieses Schrittes keine nicht aufgedeckten öffentlichen Aufträge mehr, endet das Spiel. Das heißt, das Spiel hat ein Rundenlimit von neun, wenn nicht vorher schon das Spielende durch das Erreichen der maximalen Siegpunkte eintritt. Sollte das Spiel durch das Rundenlimit enden, gewinnt der Spieler, der die meisten Siegpunkte hat. Im Falle eines Gleichstandes gewinnt zwischen den am Gleichstand beteiligten Spielern derjenige, der weiter vorne in der Initiativreihenfolge ist. Im dritten Schritt der Statusphase zieht in Initiativreihenfolge jeder Spieler eine Aktionskarte, welche den Spielern verschiedene Fähigkeiten bringt. Jeder Spieler kann dabei maximal sieben Aktionskarten gleichzeitig auf der Hand halten. Hat einen Spieler mehr als sieben Karten auf der Hand, muss er so viele Karten seiner Wahl ablegen, bis er nur noch sieben Aktionskarten hält. Zu beachten ist, dass diverse Spieleffekte das Handkartenlimit eines Spielers erhöhen oder verringern können. Die Aktionskarten auf der Hand halten die Spieler grundsätzlich geheim vor den Mitspielern. Der erste fettgedruckte Absatz auf der Karte gibt an, zu welchem Zeitpunkt die Aktionskarte ausgespielt werden kann. Karten, die mit dem Stichwort Aktion einleiten, können beispielsweise während der Aktionsphase als Materialaktion verwendet werden. Danach werden als viertes alle Kommandomarker der Spieler vom Spielplan in ihren Nachschub zurückgelegt. Jeder Spieler erhält dann zwei Kommandomarker aus seinem Nachschub und kann alle Kommandomarker auf seinem Kommandobogen einschließlich der gerade erhaltenen umverteilen. Das heißt, zwischen dem Strategie-, Taktik- und Flottenpool hin und her verschieben. Die im Taktikpool platzierten Marker können in der Aktionsphase zum Durchführen von Taktikaktionen verwendet werden. Die Marker im Flottenpool werden im Gegensatz zu Markern in den anderen Pools nicht ausgegeben. Sie stellen stattdessen die Anzahl an Schiffen dar, die ein Spieler maximal in einem System haben kann. Liegen hier beispielsweise drei Marker aus, kann ein Spieler in jedem System maximal drei seiner Schiffe haben. Jäger zählen dabei allerdings nicht in dieses Limit hinein. Sollte ein Spieler nach dem Umverteilen seinen Flottenpool reduziert haben, muss in allen Systemen die Anzahl seiner Schiffe überprüft werden. Hat ein Spieler dann mehr Schiffe in einem System als Marker in seinem Flottenpool, muss er so viele Schiffe aus diesem System in seinen Nachschub zurücklegen, bis die Anzahl der Schiffe in jenem System die Anzahl der Marker im Flottenpool nicht mehr übersteigt. Die Marker im Strategiepool werden zum Verwenden der Sekundärfähigkeiten auf den Strategiekarten der Mitspieler verwendet. Im sechsten Schritt macht jeder Spieler alle seine erschöpften Karten und Strategiekarten wieder spielbereit. Alle Einheiten, die die Fähigkeit Schadensresistenz besitzen, werden nun repariert und wieder aufrecht hingestellt. Im letzten Schritt werden die Strategiekarten aller Spieler wieder in den gemeinsamen Bereich zurückgelegt. Falls der Hütermarker von Megatoll Wax entfernt wurde, also ein Spieler das System eingenommen hat, geht es nach der Statusphase mit der Agenda-Phase weiter. Falls das noch nicht geschehen ist, beginnt eine neue Runde mit der Strategiephase. Sobald aber der Hütermarker von Megatoll Wax entfernt wurde, gibt es für den Rest des Spiels eine weitere vierte Phase, nämlich die Agenda-Phase. In der Agenda-Phase werden zwei Agenden aufgedeckt, darüber abgestimmt und die gewählten Resultate abgehandelt. Dabei wird zuerst vom Sprecher die oberste Agendakarte vom Stapel aufgedeckt und laut vorgelesen mit allen aufgeführten Alternativen. Jeder Spieler beginnt bei dem Spieler links vom Sprecher und dann weiter im Uhrzeigersinn, gibt dann seine Stimme für eine einzelne Alternative ab. Ist es eine Dafür- oder dagegen-Alternative, kann jeder Spieler entweder für oder gegen die Agenda stimmen. Daneben gibt es Karten, wo ein Spieler gewählt werden muss. In dem Fall gibt jeder Spieler seine Stimmen für einen Spieler seiner Wahl ab, wobei ein Spieler auch für sich selbst stimmen kann. Soll ein Planet gewählt werden, gibt jeder Spieler seine Stimme für einen Planeten seiner Wahl ab. Dieser Planet muss aber von einem Spieler kontrolliert sein, es sei denn, die Agenda besagt etwas anderes. Die Effekte, die beim Abhandeln der gewählten Alternative eintreten würden, stehen jeweils im Agendatext. Ist ein Spieler am Zug, seine Stimmen zu vergeben, sagt er deutlich an, für welche Alternative er stimmt. Bei jeder Agenda darf man nur eine Alternative seine Stimmen geben, man kann diese nicht aufteilen. Allerdings ist es erlaubt, sich mit seinen Stimmen zu enthalten. Zum Ausgeben von Stimmen erschöpfen die Spieler beliebig viele ihrer eigenen Planeten. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen entspricht der Summe der Einflusswerte der soeben erschöpften Planetenkarten, hier beispielsweise 5. Handelswaren dürfen in diesem Schritt nicht als zusätzliche Stimmen eingesetzt werden. Wenn man einen Planeten zur Stimmenabgabe erschöpft, muss man alle seine Stimmen einsetzen. Während jeder Abstimmung können die Spieler nach belieben Transaktionen mit anderen Spielern aushandeln, selbst auch dann, wenn sie keine Nachbarn sind. Im Zuge eine Abstimmung darf jeder Spieler dabei bis zu eine Transaktion mit jedem anderen Spieler aushandeln. Dabei geht es meistens darum, mit Handelswaren oder Versprechungen Stimmen anderer Spieler zu kaufen. Nachdem jeder Spieler seine Stimmen gegeben hat, wird die Alternative mit den meisten Stimmen abgehandelt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Sprecher, welche der Alternativen mit gleicher Stimmenzahl abgehandelt wird. Auch wenn keine der Alternativen eine Stimme erhalten hat, wählt der Sprecher eine Alternative aus. Um eine Alternative abzuhandeln, befolgt der Sprecher die Anweisung der Agenda-Karte. Es gibt dabei zwei Agenda-Arten, Verordnung und Gesetze. Beim Abhandeln einer Verordnung wird die Alternative mit den meisten Stimmen abgehandelt und die Agenda-Karte dann sofort abgelegt. Bei Gesetzen, für die mehrheitlich mit dafür gestimmt wurde oder eine Wahl stattgefunden hat, wird der Effekt nun dauerhaft Bestandteil des Spiels. Die gewählte Alternative wird abgehandelt und die Agenda-Karte in den gemeinsamen Spielbereich gelegt, es sei denn, der Karteneffekt besagt etwas anderes. Wurde mehrheitlich gegen die Agenda gestimmt, wird der Effekt der dagegen Alternative abgehandelt und die Agenda-Karte dann sofort abgelegt. Nachdem so die erste Agenda abgehandelt wurde, wird dann eine zweite Agenda-Karte vom Sprecher gezogen und der Abstimmungsprozess wiederholt. Bereits erschöpfte Planeten können die Spieler nicht nochmal zur Stimmenabgabe benutzen. Ihnen stehen bei der zweiten Abstimmung nur noch die Einflusswerte der noch spielbereiten Planeten zur Verfügung. Ist die zweite Agenda abgehandelt, machen alle Spieler ihre Planetenkarten wieder spielbereit und dann endet die Agenda-Phase und die nächste Spielrunde beginnt. Das Spiel endet, wenn ein Spieler 10 bzw. 14 Siegpunkte erhalten hat. Die Siegpunkte erhalten die Spieler beispielsweise durch das Erfüllen von öffentlichen und geheimen Aufträgen. Erhält ein Spieler aufgrund eines Gesetzes Siegpunkte, wird dieser Siegpunkt nicht abgezogen, falls das Gesetz wieder abgelegt wird. Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler 10 bzw. 14 Siegpunkte hat. Haben mehrere Spieler die maximalen Siegpunkte erreicht, gewinnt derjenige, der in der Initiativreihenfolge weiter vorne ist. Sollte der Gleichstand zu einem Zeitpunkt auftreten, wo die Spieler keine Strategiekarten besitzen, gewinnt derjenige, der im Uhrzeigersinn näher am Sprecher sitzt, inklusive des Sprechers selbst. In der Statusphase kann von jedem Spieler nur eine öffentliche Auftragskarte und eine geheime Auftragskarte gewertet werden. Aufträge, die in der Aktionsphase zu werten sind, können die Spieler in beliebiger Anzahl in der Aktionsphase werten, aber während oder nach jedem Kampf maximal nur einen Auftrag. Dabei zählen Raum- und Bodenkämpfe als separate Kämpfe, also ein Spieler kann während einer Taktikaktion im Schritt Raumkampf einen Auftrag und während des Schrittes Bodenkampf einen weiteren Auftrag werten. Sobald ein Spieler keine Bodentruppen mehr auf dem Spielplan hat, keine Einheiten mit der Fähigkeit Produktion und keine Planeten hat, scheidet der Spieler aus. Alle verbleibenden Einheiten, Kommandomarker, Kontrollmarker, Vertragskarten, Technologien, der Kommando und Fraktionsbogen werden in die Spielbox zurückgelegt. Die Agendakarten in seinem Besitz werden abgelegt. Vertragskarten anderer Spieler in seinem Besitz werden an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Die Aktionskarten von seiner Hand werden alle abgelegt und die Strategiekarten in den gemeinsamen Bereich zurückgelegt. Seine geheimen Aufträge werden in den Auftragsstapel zurückgemischt, egal ob diese erfüllt waren oder nicht. Der Spieler nimmt dann des Weiteren am Spiel nicht mehr teil. Im Spiel sind dann noch die folgenden Materialbeschränkungen zu beachten. Einige Marker im Spiel, wie beispielsweise die Kommandomarker und fraktionsspezifischen Marker, sind auf ihre jeweilige Anzahl begrenzt. Ausnahme davon, wo es keine Begrenzung gibt, sind die Jäger, Infanterie- und Handelswarenmarker, als auch die Kontrollenmarker. Sollten jene zu nahe gehen, wird ein geeigneter Ersatz verwendet. Einheiten sind auf die im Spielumfang enthaltene Anzahl beschränkt. Nur Jäger und Bodentruppen sind davon ausgenommen. Hat ein Spieler beim Platzieren von Einheiten nicht mehr ausreichend Einheiten im Nachschub, kann er Einheiten aus beliebigen Systemen, in denen er keine Kommandomarke ausliegen hat, entfernen und in seinen Nachschub zurückstellen. Dann kann er die soeben entfernte Einheit neu platzieren. Das derartige Entfernen einer Einheit ist aber nur erlaubt, wenn man sofort durch eine Handlung eine Einheit derselben Art platziert. Wenn ein Spieler einen Jäger- oder eine Infanterie-Einheit produziert, kann er statt einer Plastikfigur auch einen Jäger- bzw. Infanterie-Marker aus dem Vorrat verwenden. Diese Marker müssen aber stets von mindestens einer Plastikfigur derselben Art begleitet werden. Die Spieler können dabei Jäger- und Infanterie-Marker jederzeit gegen Plastikfiguren austauschen. Für die Würfel gibt es keine Begrenzung, diese sind in unbegrenzter Anzahl verfügbar. Sollten die im Spielumfang enthaltenen Würfel nicht ausreichen, würfelt man so viele Würfel wie möglich, notiert die Ergebnisse und würfelt nach Bedarf erneut. Wenn ein Kartenstapel leer ist, mischt man den zugehörigen Ablagestapel und platziert ihn wieder verdeckt auf dem Tisch, um so einen neuen Stapel zu bilden. Das als Überblick zu den Spielregeln, im folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits für ein Drei-Spieler-Spiel aufgebaut und wir treten als die Sadak-Nor gegen die Universitäten von Yolna und die Emirate von Hakan an. Dabei sind wir der Sprecher, das heißt wir beginnen die Strategiephase mit der Auswahl einer Strategiekarte. Unsere Wahl fällt dabei auf die Technologie-Strategiekarte, da wir das Spiel als Sadak-Nor ohne Technologien beginnen. Die Universitäten von Yolna wählen die Führungsstärke und die Emirate von Hakan entscheiden sich, die Infrastruktur zu nehmen. In einem Drei-Spieler-Spiel nehmen wir zwei Strategiekarten an uns und wir entscheiden uns als nächstes für den Handel. Yolna wählt die Politik und der Hakan-Spieler die Kriegsführung. Auf die nicht gewählten Strategiekarten wird dann jeweils noch ein Handelsmarker platziert. Die Strategiephase ist damit beendet und wir gehen zur Aktionsphase über. In dieser werden nach Initiativreihenfolge die Spielerzüge abgehandelt. Die Universitäten haben den Initiativwert 1, der Spieler von Hakan 4 und wir die 5. Das heißt, wir spielen im Uhrzeigersinn von den Universitäten aus. Der Yolna-Spieler entscheidet sich als erstes, seine Strategieaktion der Strategiekartepolitik einzusetzen. Das heißt, er führt hier die Primärfähigkeit der Karte aus, die besagt, dass er einen Spieler wählt, der der neue Sprecher wird. Da wir der Sprecher sind, darf er nicht uns wählen, er entscheidet sich, sich selbst den Sprechermarker zu geben. Im Anschluss erlaubt ihm die Politikkarte, zwei Aktionskarten auf die Hand zu ziehen. Er kann sich dann noch die zwei obersten Karten vom Agenda-Stapel anschauen und die Karten wahlweise oben oder unter den Stapel zurücklegen. Eine Agenda-Phase haben wir zwar noch nicht, aber er entscheidet sich, beide Karten oben zu belassen. Die Primärfähigkeit der Karte ist damit abgehandelt und nun können die anderen Spieler, also die Emirate von Hakan und wir, die Sadak Nor, die Sekundärfähigkeit nutzen. Durch jene können wir für das Ausgeben eines Kommandomarkers aus dem Strategiepool zwei Aktionskarten ziehen. Die Emirate entscheiden sich dagegen, wir entscheiden uns aber dafür. Das heißt, wir geben einen Marker aus unserem Strategiepool ab und ziehen dann zwei Aktionskarten auf die Hand. Die zwei Karten ziehen wir dann auf die Hand und halten sie geheim vor unseren Mitspielern. Die Emirate von Hakan entscheiden sich eine Taktikaktion durchzuführen und zwar in das benachbarte System hier zu ziehen. Als erstes wird das System aktiviert, indem ein Kommandomarker aus dem Taktikpool in dem System platziert wird. Aus seinem Heimatsystem entscheidet er sich dann einen Träger mit der Begleitung von zwei Infanteristen zu bewegen. Ein Raumkampf gibt es hier nicht, da keine gegnerischen Einheiten anwesend sind. Genauso wenig befinden sich Einheiten auf den Planeten. Das heißt, er entsendet hier seine beiden Bodentruppen, jeweils einen auf jeden Planeten. Damit übernimmt er auch die Kontrolle über die beiden Planeten und erhält die zugehörigen Planetenkarten. Diese erhält er aber im erschöpften Zustand. Das heißt, er legt sie mit der grauen Rückseite nach oben vor sich aus. Produzieren kann er in diesem System noch nicht, da sich hier noch keine Raumwerft befindet. Die Emirate legen dann noch zwei Kontrollmarker auf den verlassenen Planeten aus, um damit ihre Kontrolle anzuzeigen. Anschließend entscheiden wir uns, die Strategieaktion Handel durchzuführen und dort lautet die Primärfähigkeit, dass wir drei Handelswaren erhalten. Ebenso dürfen wir unsere Massenprodukte auffüllen. Unser Maximum ist drei, das heißt, wir erhalten hier drei Massenprodukte. Zuletzt können wir noch beliebig viele Spieler wählen, die ihre Massenprodukte auffüllen müssen. Dabei wählen wir die Emirate von Hakan, die ihrerseits ihre Massenprodukte auf sechs auffüllen. Zwar haben wir dem Hakan-Spieler das Auffüllen hier kostenlos erlaubt, allerdings würde seine Spezialfähigkeit ihm ohnehin erlauben, die Massenprodukte aufzufüllen. Und zwar ohne, dass er dafür einen Kommandomarker ausgeben müsste. Die Universitäten von Jollner haben nun die Option, die Sekundärfähigkeit zu nutzen, verzichten aber an der Stelle darauf. Anschließend drehen wir dann unsere Strategiekarte um und zeigen damit an, dass diese in der Runde nicht nochmal eingesetzt werden kann. Auch die Universitäten entscheiden sich nun, sich auf dem Spielplan weiter auszubreiten. Sie aktivieren dabei ein benachbartes System und bewegen sowohl ihr Schlachtschiff als auch einen Träger hinein. In Summe hat der Spieler eine Transportkapazität von fünf und er nimmt dabei seine beiden Infanteristen und den Jäger mit. Die beiden Infanteristen lässt er dann entsprechend auf den zwei Planeten landen. Damit hat er hier die Kontrolle übernommen und erhält die zugehörigen Planetenkarten. Auch er legt dabei die Karten im erschöpften Zustand vor sich aus. Die Emirate entscheiden sich, ihre Infrastrukturkarte zu spielen. Dabei dürfen sie ein planetares Verteidigungssystem oder eine Raumwerft auf einem Planeten unter ihrer Kontrolle setzen. Der Spieler entscheidet sich für die Raumwerft und setzt diese auf dem Planeten Starpoint. Anschließend kann er noch ein PVS auf einem Planeten unter seiner Kontrolle platzieren. Dabei wählt er den anderen Planeten im gleichen System und stellt hier das PVS auf. Nun haben wir die Möglichkeit, die Sekundärfähigkeit der Infrastrukturkarte zu nutzen. Dafür müssen wir allerdings einen Kommandomarker aus unserem Strategiepool in einem beliebigen unserer Systeme platzieren. Im Moment haben wir nur unser Heimatsystem, das heißt, wenn wir hier einen Kommandomarker auslegen, können wir das System nicht weiter aktivieren. Ebenso wenig könnten wir dann unsere Einheiten aus dem System herausziehen, das heißt, wir verzichten hier auf die Sekundärfähigkeit. Die Universitäten von Jolna möchten aber die Sekundärfähigkeit nutzen und zwar in dem System, das sie gerade aktiviert hatten. Da sich in diesem System bereits einer seiner Kommandomarker befindet, legt er den Kommandomarker aus dem Strategiepool in seinen Nachschub zurück. Anschließend setzt er eine weitere Raumwerft auf dem Planeten Berek. Da die Spezialfähigkeit der Emirate lautet, dass sie auch mit Nichtnachbarn Transaktionen durchführen können, versuchen wir den Spieler zu überzeugen, unsere Massenprodukte auszutauschen. Wir bieten den Hakern-Spieler hier einen fairen Deal an, und zwar, dass wir drei unserer Massenprodukte gegen drei seiner Massenprodukte tauschen. Auf den Deal lässt er sich tatsächlich ein, das heißt, wir geben ihm drei unserer Massenprodukte, die zu drei Handelswaren für ihn werden. Im Gegenzug erhalten wir von ihm drei Massenprodukte, die wir als drei Handelswaren in unseren Pool legen. Weil er seine Infrastrukturstrategieaktion nun abgehandelt hat, dreht er die Karte auf die Rückseite. In unserem Zug entscheiden wir uns dann unsere Technologiestrategieaktion durchzuführen. Das heißt, wir dürfen eine Technologie kostenlos erforschen. Wir haben noch keine Technologie für uns ausliegen, das heißt, wir können nur Technologien erforschen, die keine Voraussetzungen mit sich bringen. Unsere Wahl fällt hier auf dieser Wehenwerkzeuge. Durch diese können wir, wenn wir eine oder mehrere Einheiten mit der Fähigkeit Produktion verwenden, die Gesamtkosten der produzierten Einheiten um eins reduzieren. Mit der zweiten Primärfähigkeit entscheiden wir uns sechs Ressourcen abzugeben, und zwar sechs Handelswaren, um damit noch eine zweite Technologie zu erforschen. Dabei fällt unsere Wahl auf die Plasmabrenner, die uns erlauben, wenn eine unserer Einheiten die Fähigkeit Bombardement oder Weltraumkanone verwendet, einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Unsere Mitspieler können nun für das Ausgeben eines Markers aus ihrem Strategiepool und das Zahlen von vier Ressourcen eine Technologie erwerben. Die Universitäten von Jölner entscheiden sich dafür, denn ihre Spezialfähigkeit besagt, dass wenn sie bei der Strategiekarte 7 die Fähigkeit nutzen, auch die Primärfähigkeit verwenden können. Das heißt, den Kommandomarker legt der Spieler in den Nachschub und erforscht dann eine Technologie kostenlos. Ebenso sind die Jölner Analytiker, sie dürfen bei dem Erforschen einer Technologie eine beliebige Voraussetzung ignorieren. Dabei entscheidet sich der Spieler hier eine grüne Voraussetzung zu ignorieren und damit den Hypermetabolismus auszulegen. Die andere grüne Voraussetzung erfüllt er mit der daneben liegenden Karte. Er könnte jetzt ebenso noch für das Ausgeben von sechs Ressourcen eine zweite Technologie erwerben, hat aber nicht ausreichend Ressourcen vor sich zu legen. Seine Planeten würden ihm in Summe nur drei Ressourcen bringen und er hat keine Handelswahn. Die Emirate verzichten auf die Nutzung der Sekundärfähigkeit und dann ist der Jölner Spieler wieder selbst am Zug. Dieser setzt seine Strategiekarte Führungsstärke ein und erhält als erstes durch die Karte drei Kommandomarker. Zwei davon legt er in den Strategiebereich und einen in den Taktikpool. Zusätzlich kann er nun beliebig viel Einfluss ausgeben, um je drei ausgegebenen Einfluss einen weiteren Kommandomarker zu bekommen. Er entscheidet sich hier dafür und gibt die drei Einfluss von seinem Planeten nahe aus. Das heißt er hält einen weiteren Kommandomarker und entscheidet sich diesen im Strategiepool auszulegen. Der Harkanspieler könnte unter Einsatz seiner Handelswahn auf drei Einflusspunkte kommen, verzichtet aber darauf. Wir selbst haben nicht ausreichend Einfluss, das heißt wir können die Sekundärfähigkeit nicht nutzen. Die Strategiekarte wird dann umgedreht und dann ist der Harkanspieler wieder an der Reihe. Jena entscheidet sich weiter zu expandieren und führt eine Taktikaktion in dem benachbarten System hier aus. Er legt einen Kommandomarker aus seinem Taktikpool dann in das System und zieht hier mit einem Träger und zwei Infanteristen im Gepäck in das Nachbarsystem. Ebenso entscheidet er sich den Kreuzer und die zwei Jäger mitzunehmen. Seine beiden Infanteristen lässt er dann auf den beiden Planeten landen und erhält die Kontrolle über die Planeten. Die erhaltenen Planetenkarten legt er dann wieder mit der erschöpften Seite vor sich aus. Mit einer Taktikaktion entscheiden auch wir uns zu bewegen und nehmen mit einem Träger drei unserer Bodentruppen mit. Ebenso entscheiden wir uns, dass unser Kreuzer uns begleitet. Der Planet ist unbesetzt, das heißt unsere Bodentruppen landen hier und übernehmen die Kontrolle. Der Jolnarspieler entscheidet sich sein Heimatsystem zu aktivieren. Einheiten bewegen möchte er hier nicht, denn er möchte nur produzieren. Seine Raumwerft auf dem Planeten nahe gibt einen Produktionswert von vier vor, das heißt er kann in Summe vier Einheiten aufstellen. Nur der Planet Jol gibt ihm noch einen Ressourcenwert von eins und daneben hat er noch die Savenenwerkzeuge. Das heißt er kann in Summe für zwei Ressourcenpunkte Einheiten aufstellen. Da es ihm an Infanteristen mangelt, entscheidet er sich zweimal zwei Infanteristen zu kaufen. Diese kosten jeweils einen Ressourcenpunkt und entsprechend gibt er die Ressourcen mit dem Umdrehen seiner Planetenkarten aus. Die Infanteristen muss er dann auf dem Planeten mit der Werft platzieren. Auch die Emirate möchten in ihrem Heimatsystem produzieren und legen einen Marker aus ihrem Taktikpool darauf. In Summe kann der Spieler unter Berücksichtigung seiner Handelswaren und auch seiner Savenenwerkzeuge für sieben Ressourcen produzieren. Maximal aber auch nur vier Einheiten, da der Produktionswert der Raumwerft auf dem Planeten hier auch vier beträgt. Als erstes entscheidet er sich einen Träger für die Kosten von drei aufzustellen. Die Kosten hierfür bezahlt er mit zweien seiner Planetenkarten. Ebenso möchte er noch zwei Infanteristen aufstellen, dies kostet auch eine Ressource. Diese Ressource verbucht er unter der Preisreduktion seiner Savenenwerkzeuge. Eine Einheit kann er noch aufstellen und er entscheidet sich einen Zerstörer für die Kosten von einzubauen. Dafür gibt er eine seiner Handelswaren aus und setzt den Zerstörer dann in das System. Mit einer weiteren Taktikaktion ziehen wir dann noch in das benachbarte System hier. Da sich nun keine unserer Einheit mehr auf Trennlack befindet, legen wir hier einen Kommandomarker aus. Dieser zeigt an, dass wir weiterhin die Kontrolle über den Planeten halten. Für den gerade eroberten Planeten nehmen wir dann noch die Planetenkarte an uns. Alle Einheiten vom Jolnar-Spieler sind auf dem Spielfeld durch die Kommandomarker gebunden und er hat auch keine Ressourcen mehr. Beide seiner Strategiekarten hat er schon bereits verwendet, das heißt er kann passen, was er hier auch tut. Die Emirate entscheiden sich nun ihre Kriegsführungsstrategieaktion durchzuführen. Dafür dürfen sie einen Kommandomarker vom Spielfeld entfernen und diesen zurück in den Nachschub legen. Im Anschluss erhält der Spieler dann einen Kommandomarker aus seinem Nachschub. Er kann auch beliebig die Kommandomarker in seinem Pool umverteilen. Den erhaltenen Marker entscheidet er sich dann im Taktikpool zu platzieren. Wir entscheiden uns für das Ausgeben eines Kommandomarkers aus dem Strategiepool die Sekundärfähigkeit der Karte zu nutzen. Diese sagt, dass wir die Produktionsfähigkeit einer unserer Werften in unserem Heimatsystem verwenden können. Produzieren wollten wir ohnehin noch und durch unsere Planeten stehen uns noch vier Ressourcen zur Verfügung. Auch wir haben den Kostenrabatt durch die Savin-Werkzeuge, wodurch uns noch eine weitere Ressource zur Verfügung steht. Für die Kosten von vier entscheiden wir uns ein Schlachtschiff aufzustellen. Daneben entscheiden wir uns für den Bau von zwei Jägern. Da die Emirate in ihrem vorherigen Zug den Kommandomarker aus dem System hier oben entfernt haben, können sie die dort stehenden Einheiten auch wieder bewegen. Der Spieler entscheidet sich das benachbarte System hier zu aktivieren und platziert dort einen seiner Kommandomarker aus dem Taktikpool. Mit seinem Träger nimmt er auch die beiden Bodentruppen mit, die dann auch wieder auf den beiden Planeten hier unten landen. Damit hat er dann auch die Kontrolle über diese beiden Systeme erlangt. Wir entscheiden uns dann ebenso zu passen und im Anschluss passt auch der Spieler mit den Emiraten. Das heißt, die Aktionsphase ist hier beendet und wir gehen zur Statusphase über. In initiativfreien Folge dürfen wir nun jeweils einen öffentlichen und einen geheimen Auftrag werten. Der Jolnarspieler hat keinen der öffentlichen Aufträge erfüllt und auch nicht seinen geheimen Auftrag. Bei den Emiraten sieht es aber anders aus. Sie haben das erste Ziel hier links erfüllt. Dieses verlangt, dass man sechs Planeten in Nicht-Heimatsystemen kontrolliert. Da sich der Hakan-Spieler in der ersten Runde hier schon massiv ausgebreitet hat, hat er das hier entsprechend erfüllt. Er legt einen Kontrollmarker auf das Ziel, um anzuzeigen, dass er das Ziel erfüllt hat und dieses nicht nochmal erfüllen darf. Dafür erhält er dann einen Siegpunkt. Wir haben bzw. können keins der öffentlichen Ziele erfüllen und unser geheimes Ziel können wir auch noch nicht erfüllen. Dieses würde von uns nämlich verlangen, dass wir jeweils ein Schiff in einem System mit einem Alpha-Wurmloch und ein Schiff in einem System mit einem Beta-Wurmloch haben. Anschließend wird dann ein weiteres öffentliches Ziel für die nächste Runde aufgedeckt. Als nächstes ziehen wir Aktionskarten auf. Hat man die Neurostimulatoren, wie das bei den Universitäten von Jolnar der Fall ist, darf der Spieler sogar zwei Aktionskarten ziehen. Alle anderen Spieler ohne Neurostimulatoren dürfen eine Karte ziehen. Im nächsten Schritt, der Statusphase, entfernen wir alle unsere Kommandomarker vom Spielfeld und legen diese in den Nachschub zurück. Das heißt, diese werden nicht zurück auf die Kommandotafel platziert. Im nächsten Schritt erhält aber jeder Spieler für die nächste Runde zwei Kommandomarker. Es sei denn, wie die Universitäten von Jolnar hier, man hat den Hypermetabolismus erforscht. Diese Technologie ermöglicht, dass man drei statt zwei Kommandomarker erhält. Wir entscheiden uns dabei, einen unserer Marker in den Taktikpool zu legen und einen in den Strategiepool. Im nächsten Schritt machen wir dann wieder alle unsere erschöpften Karten spielbereit. Das beinhaltet auch die Planeten, die wir in der aktuellen Runde erobert haben. Unsere Strategiekarten legen wir dann wieder aufgedeckt in die Tischmitte. Die Statusphase ist damit beendet und da Megatoll Rex noch nicht eingenommen wurde, gibt es auch keine Jolnar-Agenda-Phase. Das heißt, wir beginnen jetzt hier mit der zweiten Runde und diese startet wieder mit der Strategiephase. Wir sind nicht mehr der Sprecher, sondern die Universitäten von Jolnar, das heißt, diese dürfen nun als erstes eine Strategiekarte wählen. Ihre Wahl fällt dabei auf die Infrastrukturkarte. Der Hakan-Spieler nimmt die Technologiekarte und wir entscheiden uns, die Kriegsführung an und zu nehmen. Der Jolnar-Spieler nimmt die Imperiumskarte an sich und erhält auch die Handelsware, die darauf liegt. Hakan entscheidet sich für die Führungsstärke und wir entscheiden uns nochmal für den Handel. Auf die verbleibenden zwei Strategiekarten wird dann wieder eine Handelsware platziert. Die Emirate halten den Initiativwert von 1, beginnen damit also die Runde. Mit einer Taktikaktion zieht der Spieler dann seinen Träger mit seinen beiden Infanteristen ein Feld weiter. Auf den beiden verlassenen Planeten platziert er dann noch jeweils einen Kontrollmarker. Die Planetenkarte des eroberten Planeten legt er dann wieder erschöpft vor sich aus. Als zweites ist in dieser Runde durch die veränderte Initiativreihenfolge der Jolnar-Spieler an der Reihe. Dieser entscheidet sich, mit einer Taktikaktion in das benachbarte System hier zu fliegen. Dazu nimmt er seinen Träger und seine vier Infanteristen mit. Die vier Bodentruppen entscheidet er sich dann gleichmäßig auf dem Planeten aufzuteilen. Damit hat er dann die Kontrolle über die beiden Planeten hier übernommen und wir sind an der Reihe. Wir nutzen als erstes unsere Handelsstrategieaktion, erhalten also drei Handelswaren und füllen unsere Massenprodukte auf. Mit dem letzten Punkt erlauben wir dann wieder den Hakan-Spieler seine Massenprodukte aufzufüllen. Wie auch schon beim letzten Mal hätte er dies auch ohnehin durch seine Spezialfähigkeit ohne Kosten tun können. Aber die Geste zählt hier natürlich und wir hoffen, dass der Hakan-Spieler seine Massenprodukte mit unseren tauscht. Da dies auch schon beim letzten Mal ganz gut für ihn funktioniert hat, lässt er sich auf den Deal ein. Das heißt, wir geben ihm unsere Massenprodukte und erhalten dafür seine. Wieder 3 gegen 3, das heißt, wir haben hier nun schon wieder sechs Handelswaren ausliegen. Der Jolnar-Spieler hat seinerseits darauf verzichtet, seine Massenprodukte aufzufüllen. Danach drehen wir die Strategiekarte auf die Rückseite. Der Spieler mit den Emiraten nutzt dann seine Strategieaktion von der Technologiekarte und erforscht den Gravitationsantrieb. Er könnte noch für sechs Ressourcen eine weitere Technologie erforschen, verzichtet aber darauf. Wir können nun die Sekundärfähigkeit einsetzen und entscheiden uns auch dafür. Für das Ausgeben eines Markers aus unserem Strategiepool plus vier Ressourcen dürfen wir eine Technologie erforschen. Die Kosten bezahlen wir dabei mit den beiden Planetenkarten hier. Diesmal entscheiden wir uns für eine Aufwertungstechnologie und zwar werten wir unser planetares Verteidigungssystem auf. Dieses kann die Weltraumkanonenfähigkeit nun auch gegen Einheiten in angrenzenden Systemen verwenden. Der Jolnar-Spieler nutzt durch seine Spezialfähigkeit auch die Primärfähigkeit der Strategiekarte. Und zwar erforscht er ebenso den Gravitationsantrieb, ohne Kosten dafür zu bezahlen. Der Gravitationsantrieb erlaubt es ihm nach dem Aktivieren eines Systems den Bewegungswert einer Einheit um 1 zu erhöhen. Er ist auch selbst an der Reihe und er entscheidet sich, das Megatolwax-System zu aktivieren. Damit hat er jetzt noch niemand gerechnet, aber er zieht sein Schlachtschiff durch den grad erworbenen Gravitationsantrieb in die Spielmitte. Das Schlachtschiff kann auch eine Einheit transportieren und dabei nimmt er einen Infanteristen mit. Kostenlos kann er hier auf Megatolwax mit seinem Infanteristen nicht landen, er muss dafür sechs Einfluss ausgeben. Er hat hier allerdings zwei Planeten, die ihm jeweils drei Einfluss geben, nutzt diese und gibt dann in Summe sechs Einfluss aus. Damit darf er dann seinen Infanteristen auf dem Planeten landen. Den Marker in der Mitte nimmt er dann an sich und erhält dafür einen Siegpunkt. Ebenso erhält er die Megatolwax-Karte und legt diese erschöpft vor sich aus. Den Siegpunkt kann man ihm im Spiel auch nicht wieder abnehmen, selbst wenn er die Kontrolle über Megatolwax verliert. Nun sind wir wieder an der Reihe und wir sind etwas verblüfft, denn mit der Aktion des Yolnarspielers hatten wir nun nicht gerechnet. Unser Plan war es nämlich auch, mit der Kriegsführung nach Megatolwax zu ziehen. Die Universitäten sind uns hier nun leider zu vorgekommen und haben das Gebiet auch noch mit einem Schlachtschiff besetzt. Nichtsdestotrotz entscheiden wir uns mit einer Taktikaktion weiter in die Spielplanmitte vorzurücken. Dabei haben wir die Kontrolle über die Planeten Lazar und Sakulak übernommen. Da wir nun alle recht schnell in die Spielmitte vorgerückt sind, sind wir nun alle benachbart zueinander. Das heißt, wir können unseren Zügen beliebig Transaktionen mit unseren Mitspielern durchführen. Allerdings pro Zug immer nur eine Transaktion je Mitspieler. Mit den Emiraten möchten wir nun eine Transaktion durchführen und zwar schlagen wir vor, uns gegenseitig für den Thron zu unterstützen. Das heißt, wir bieten hier unsere Vertragskarte den Emiraten an und bei Erhalt würde er einen Siegpunkt bekommen. Hakan lässt sich darauf ein, wir geben die Karte an ihn weiter und im Gegenzug gibt er uns seine Unterstützung für den Thron. Das heißt, sowohl Hakan als auch wir erhalten einen Siegpunkt. Hakan selbst nutzt dann eine weitere Taktikaktion, um das System hier zu aktivieren. Dabei zieht er alle Einheiten aus dem System hier in das Nachbarsystem plus seinen Zerstörer aus seinem Heimatsystem. Der Zerstörer in seinem Heimatsystem hat eine Reichweite von zwei, deswegen kann er diesen auch in das Zielsystem bewegen. Die beiden Planeten übernimmt er dann und dann ist der Yol-Nahspieler wieder an der Reihe. Jener entscheidet sich dann auch mit seinem Träger hier, ein Feld weiter zu rücken, hat allerdings nur einen Infanteristen, den er landen lassen kann. Das heißt, er erlangt hier nur die Kontrolle über einen Planeten. Wir nutzen dann unsere Kriegsführungsstrategiekarte, um den Kommandomarker hier aus dem System zu entfernen. Danach erhalten wir einen Kommandomarker und platzieren diesen im Taktikpool. Der Yol-Nahspieler nutzt die Sekundärfähigkeit unserer Strategiekarte und darf dafür in seinem Heimatsystem einmal die Produktion anwenden. Dafür gibt er einen Kommandomarker aus seinem Strategiepool aus. Insgesamt stehen ihm mit seinen Sarven-Werkzeugen fünf Ressourcen zur Verfügung und er kann vier Einheiten bauen. Er stellt einen Kreuzer und zwei Zerstörer auf. Damit ist er hier in dem System auch schon an seinem Flottenlimit von drei. Für einen weiteren Punkt entscheidet er sich noch einen Jäger zu erwärmen. Er würde eigentlich zwei bekommen, aber sein Produktionswert in seinem Heimatsystem beträgt hier vier. Das heißt, der andere Jäger verfällt einfach. Die Emirate entscheiden sich ebenso die Sekundärfähigkeit zu nutzen, um in ihren Heimatsystem zu produzieren. Der Vorteil an dieser Sekundärfähigkeit ist nämlich, dass man den bezahlten Kommandomarker nicht in das System setzt. Das heißt, die produzierten Einheiten sind nach der Aufstellung in dieser Runde nicht gebunden. Dabei entscheidet sich der Spieler für die Kosten von acht, sein Flaggschiff aufzustellen. Er stellt dann noch ein Schlachtschiff auf und ein weiteres Schiff kann er hier nicht platzieren, da sein Flottenpool-Limit drei beträgt. Deswegen entscheidet er sich an dieser Stelle noch zwei Jäger aufzustellen. Die Emirate sind nun selbst am Zug und entscheiden sich ihre Führungsstärke einzusetzen. Dafür erhält der Spieler drei Kommandomarker und legt zwei davon in den Taktikpool und einen in den Strategiepool. Für das Ausgeben von drei Einfluss erhält er dann nochmal einen Kommandomarker, diesen legt er in den Flottenpool. Ab jetzt kann er auch vier Schiffe in einem System haben. Wir geben für die Sekundärfähigkeit ebenso drei Einfluss aus, um einen Kommandomarker zu erhalten. Diesen entscheiden wir uns dabei in den Strategiepool zu legen. Der Jolnar-Spieler hat keinen verfügbaren Einfluss mehr, verzichtet also auf die Sekundärfähigkeit. In seinem Zug möchte er nun die Imperium-Strategie-Karte nutzen. Dabei darf er als erstes sofort einen öffentlichen Auftrag werten, wenn er die Anforderung des Auftrags erfüllt. Dies ist hier bei dem ersten offen ausliegenden Auftrag nun auch der Fall. Er kontrolliert sechs Planeten im Nicht-Heimatsystem. Das heißt, er legt für das Erfüllen einen Kontrollmarker auf die Auftragskarte und rückt dann einen Punkt auf der Siegpunkteleiste voran. Danach, falls er Megatoll-Rex kontrolliert, erhält er einen weiteren Siegpunkt. Dies ist hier tatsächlich auch der Fall, das heißt, er rückt einen weiteren Siegpunkt voran. Die anderen Spieler, also Hakan und wir, können für das Ausgeben eines Markers aus unserem Strategiepool einen geheimen Auftrag ziehen. Während der Hakan-Spieler das tut, verzichten wir darauf. Mit einer Taktik-Aktion möchten wir unsere Truppen dann in ein benachbartes System verlegen. Dabei nehmen wir zwei Bodentruppen mit, mit denen wir auch direkt auf den Planeten landen. Die zugehörigen Planetenkarten nehmen wir dann entsprechend an uns. Da seine Truppen in seinem Heimatsystem nicht gebunden sind, entscheidet sich der Hakan-Spieler mit einer Taktik-Aktion noch in das Beta-Wurmloch-System zu ziehen. Dabei nimmt er dann auch den dort befindlichen Planeten ein. Der Jolnar-Spieler handelt nun seine Infrastrukturkarte ab und entscheidet sich dafür, zwei PVS-Systeme auf Megatoll-Wax zu platzieren. Während der Hakan-Spieler auf die Sekundärfähigkeit verzichtet, entscheiden wir uns dafür, diese einzusetzen. Dabei möchten wir hier eine Raumwerft auf dem Planeten Sakulag errichten. Wir sind dann am Zug, entscheiden uns aber zu passen und das gleiche tun unsere Mitspieler. Damit ist die Aktionsphase wieder beendet und wir gehen zur Statusphase über. Der Jolnar-Spieler deckt eines seiner geheimen Ziele auf und zwar, wenn er vier PVS-Systeme auf dem Spielplan hat, erhält er einen Siegpunkt. Durch den gerade erfolgten Bau der beiden Systeme auf Megatoll-Wax hat er dieses Ziel erfüllt. Er legt den Auftrag vor sich aus, einen seiner Kommandomarker drauf und rückt einen Siegpunkt voran. Der Hakan-Spieler entscheidet sich, fünf seiner Handelswaren aus seinem Pool auszugeben, um das öffentliche Ziel hier zu erfüllen. Ebenso hat er eins seiner geheimen Ziele erfüllt und zwar die Kontrolle von vier gefährlichen Planeten. Das bedeutet, er rückt einen weiteren Punkt voran. Auch wir haben nun das erste öffentliche Ziel, nämlich die Kontrolle von sechs Planeten in Nicht-Heimat-Systemen erfüllt, rücken damit auch einen Punkt voran. Auch das zweite Ziel könnten wir mit den Ausgeben von fünf Handelswaren erreichen, allerdings dürfen wir nur ein öffentliches Ziel in der Statusphase auswerten. Unser geheimes Ziel haben wir leider noch nicht erreicht. Als nächstes wird dann ein weiterer öffentlicher Auftrag aufgedeckt. Anschließend ziehen wir dann alle wieder unsere Aktionskarten, wobei das Handkartenlimit von sieben zu beachten ist. Im Moment überschreitet dies aber noch keinen Spieler. Die Kommandomarker vom Spielplan legen wir dann in unseren Vorrat zurück und erhalten dann jeweils zwei neue Marker. Mit Ausnahme des Jolnar-Spielers, dieser erhält wieder drei durch seine erworbene Technologie. Nachdem wir alle Karten wieder spielbereit gemacht haben, geben wir dann die Strategiekarten wieder in die Tischmitte zurück. Megatoll Rex wurde in der Runde eingenommen, das heißt in dieser Runde haben wir bereits eine Agenda-Phase. Der Sprecher, was hier der Jolnar-Spieler ist, deckt als erstes eine Agenda-Karte von dem Agenda-Stapel auf. Diese besagt, dass wir nun über ein Gesetz abstimmen müssen. Sollte sich für das Gesetz entschieden werden, dürfen alle Spieler maximal nur noch drei Aktionskarten auf der Hand halten. Wenn das Votum aber dagegen ausfällt, muss jeder Spieler zufällig eine seiner Aktionskarten von der Hand abwerfen. Der Hakan-Spieler hat in Summe 16 Einflusspunkte, die er für seine Stimmen ausgeben kann. Da er kaum Aktionskarten auf der Hand hält, entscheidet er sich tatsächlich zehn seiner Stimmenrechte einzusetzen, um dafür zu stimmen. Die eingesetzten Planetenkarten muss er dann erschöpfen. Uns ist der Ausgang dieser Abstimmung egal und wir enthalten uns. Der Jolnar-Spieler hält ziemlich viele Aktionskarten auf der Hand und spricht sich dagegen aus. Da er als letztes abstimmt, kann er nun genau abzählen, wie viele Stimmenrechte es benötigt, um das Gesetz abzulehnen. Er setzt dabei ebenso zehn Stimmenrechte ein und dreht die zugehörigen Planetenkarten um. Nun besteht Gleichstand und da er der Sprecher ist, kann er den Gleichstand auflösen und er entscheidet sich, das Gesetz abzulehnen. Das heißt, der Dagegeneffekt der Karte wird nun abgehandelt und die Karte selbst abgelegt. Jeder Spieler muss nun eine zufällige seiner Aktionskarten abwerfen. Nun wird vom Sprecher eine weitere Agendakarte aufgedeckt und diesmal ist es eine Verordnung. Dabei müssen wir einen Spieler wählen und der gewählte Spieler darf einen geheimen Auftrag ziehen. Tatsächlich stimmt hier jeder Spieler für sich selbst, allerdings hat Hakan nur noch sechs Stimmenrechte und wir haben neun. Der Jolnarspieler kommt nur auf sieben Stimmenrechte. Das heißt, die Verordnung ist zu unseren Gunsten ausgegangen und wir dürfen einen weiteren geheimen Auftrag auf die Hand ziehen. Auch diese abgehandelte Agendakarte wird dann auf den Ablagestapel zurückgelegt. Die durch die Abstimmung erschöpften Planetenkarten machen alle Spieler dann wieder spielbereit. Es beginnt dann die dritte Runde und zu Beginn der Strategiephase entscheiden wir uns eine unserer Aktionskarten zu spielen. Diese besagt, dass wir zu Beginn der Strategiephase zwei Kommandomarker erhalten. Einen davon legen wir in den Flottenpool und den anderen in den Strategiepool. Der Sprecher, also die Universitäten von Jolnar, entscheiden sich wieder als erstes für eine Strategiekarte. Seine Wahl fällt dabei auf die Kriegsführung. Der Hakan-Spieler wählt die Infrastruktur und wir entscheiden uns für die Technologie. Gegebenenfalls war dies nicht so clever von uns, denn der Jolnar-Spieler wählt erneut die Imperium-Strategiekarte. Wenn wir ihn mega toll wächst nicht abnehmen, bedeutet dies wieder einen weiteren Punkt für ihn. Während sich Hakan für die Diplomatie entscheidet, wählen wir die Politik. Auf die übrigen zwei Karten wird dann wieder eine Handelsware platziert. Hakan ist mit der Initiative von zwei der Spieler mit dem niedrigsten Wert, dann folgen wir mit der Politik der Nummer drei und dann der Jolnar-Spieler mit der sechs. Das heißt, Hakan beginnt hier mit seinem ersten Zug. Der Hakan-Spieler entscheidet sich als erstes seine Infrastrukturstrategiekarte zu spielen. Dabei platziert er eine Raumwerft auf dem Planeten Wefut zwei. Anschließend stellt er auf dem gleichen Planeten noch ein planetares Verteidigungssystem auf. Wir verzichten auf den Einsatz der Sekundärfähigkeit, aber der Jolnar-Spieler entscheidet sich für das Errichten einer Raumwerft. In unserem Zug nutzen wir die Technologie-Strategie-Aktion und erforschen dafür die Neurostimulatoren. Für das Ausgeben von sechs Ressourcen entscheiden wir uns dann noch die Aufwertungstechnologie für die Kreuzer zu erwerben. Alle drei Symbole, die Voraussetzung sind, besitzen wir und die Karte legen wir dann auf unseren Fraktionsbogen ab. Der Jolnar-Spieler nutzt ebenso die Primärfähigkeit, um sein Schlachtschiff aufzuwerten. Er ist dann Selbstanzug und aktiviert seine Imperiumskarte. Zwar kann er hier keinen öffentlichen Auftrag werten, allerdings den sicheren Siegpunkt für Megatorrex nimmt er an dieser Stelle mit. Sowohl Hakan als auch wir verzichten auf den Einsatz der Sekundärfähigkeit. Hakan entscheidet sich dann in seinem Zug bei der gerade errichteten Raumwerft zu bauen. Dabei entscheidet er sich für den Ressourceneinsatz von zwölf Ressourcen, drei Schlachtschiffe und einen Jäger zu bauen. Sein Flottenlimit beträgt vier, das heißt, das hat er hier an dieser Stelle nicht überschritten. Auch wir entscheiden uns hier aufzurüsten und platzieren neue Einheiten in diesem System. Für die Kosten von acht bringen wir unser Flaggschiff ins Spiel. Des Weiteren entscheiden wir uns noch zwei Jäger aufzustellen. Auch wenn wir hier ziemlich vor ihm aufgerüstet haben, sind in den gerade produzierenden Systemen jeweils Kommandomarke ausgelegt. In seinem Zug entscheidet sich der Jolnarspieler seine Kriegsführung einzusetzen. Dabei entfernt er auch seinerseits seinen Kommandomarke von diesem System. Auf der anderen Seite erhält er aber auch einen Kommandomarke und legt diesen in seinen Taktikpool. Die Sekundärfähigkeit nutzen wir, wir geben einen Kommandomarke aus dem Strategiepool aus und vier Ressourcen, um zwei Kreuzer aufzustellen. Der Hakan-Spieler nutzt dann seine Diplomatieaktion und muss dafür ein System wählen, in das alle anderen Spieler einen ihrer Kommandomarke legen. Dieses System kann dann nicht mehr von den anderen Spielern aktiviert werden, solange dort der Kommandomarke liegt. Die Kommandomarke werden dabei aus dem Vorrat genommen und er entscheidet sich für das System hier oben. Für ihn wesentlich interessanter ist, dass er zwei seiner eingesetzten Planetenkarten wieder spielbereit machen kann. Dabei entscheidet er sich für zwei seiner Planeten, die ihn jeweils drei Ressourcen bringen. Für den Einsatz eines Markers aus unserem Strategiepool dürften wir das auch durchführen, aber wir als auch der Jolnarspieler verzichten darauf. Wir setzen nun die Politikkarte ein und ernennen uns selbst zum neuen Sprecher. Danach dürfen wir zwei Aktionskarten ziehen. Als nächstes sehen wir uns die zwei obersten Karten vom Agenda-Stapel an und entscheiden uns, ob wir diese oben oder unter den Stapel zurücklegen. Die Reihenfolge können wir dabei beliebig wählen. Auf die Sekundärfähigkeit verzichten die anderen Spieler hier. Er aktiviert das System mit dem Alpha-Wurm noch und nimmt seinen Träger, seine Infanterie und einen Jäger mit. Mit der Infanterie landet er dann entsprechend auf dem Planeten und erhält die zugehörige Planetenkarte. Gegenüber von uns baut der Hakan-Spieler sein Imperium weiter aus. Er bewegt einen Teil seiner Schiffe in das Nachbarsystem und nimmt auch zwei Bodentruppen mit, die dann entsprechend auf den beiden Planeten landen. Auf den verlassenen Planeten platziert er jeweils noch einen Kontrollmarker. Zum Unmut des Jolnarspielers spielen wir eine Aktionskarte aus. Dieser erlaubt uns das Entfernen von einem Kommandomarker vom Spielplan. Die Aktionskarte legen wir dann nach Verwendung ab. Der Jolnarspieler aktiviert dieses System hier und bewegt dann seinen Kreuzer und einen seiner Zerstörer in das aktivierte System. Danach nutzt er noch die Produktionsfähigkeit seiner Raumwerft und produziert zwei Schlachtschiffe. Er kann noch drei weitere Einheiten produzieren, entscheidet sich hier aber für zwei Jäger. Der Hakan-Spieler entscheidet sich, das System mit dem Beta-Wurmloch hier zu aktivieren. Anschließend bewegt er alle Einheiten bis auf einen Infanteristen durch das Wurmloch. Nun sind wir am Zug und wir entscheiden uns mit einer Taktikaktion Megatollwax anzugreifen. Wir bewegen als erstes unser Flaggschiff, das zwei Infanteristen und einen Jäger mitnimmt. Unsere Kreuzer haben nun eine Bewegungsreichweite von drei und eine Transportkapazität von eins. Das bedeutet, unsere beiden Kreuzer aus dem Heimatsystem nehmen dann noch jeweils einen Jäger in das Megatollwax-System mit. Ebenso ziehen wir auch den Kreuzer hier unten in das Zielsystem. Beginnt mit dem aktiven Spieler, das sind wir, dürfen wir die Fähigkeit Weltraumkanone nutzen. Wir haben keine Weltraumkanone, die feuern könnte, aber unser Gegner hat zwei. Daneben verfügt er auch über die Plasmabrenner-Technologie, die ihm bei Verwendung einer Weltraumkanone einen weiteren Würfel bringt. In Summe greift er uns also mit drei Würfeln an. Hat er Glück, mit seinem Wurf hat er zwei Treffer erzielt. Einen davon weisen wir einem Jäger zu und den anderen unserem Flaktschiff. Dieses hat nämlich eine Schadensresistenz und ist erst beim zweiten Treffer zerstört. Um die Beschädigung anzuzeigen, kippen wir das Schiff auf die Seite. Da sich immer noch Schiffe von zwei konkurrierenden Parteien in dem System befinden, findet nun ein Raumkampf statt. Kein Spieler hat die Fähigkeit Jägerabwehr, das heißt wir gehen direkt zum Rückzugsschritt über. Unser Mitspieler möchte sich zurückziehen, der Rückzug findet aber erst am Ende Kampfrunde statt. Nun führen wir unsere Kampfwürfe durch, wobei der Angreifer beginnt. Das sind in dem Fall wir und da unsere Schiffe unterschiedliche Kampfwerte haben, beginnen wir mit den Schiffen mit dem niedrigsten Wert. Durch die Spezialfähigkeit unserer Fraktionen werden sogar alle unsere Würfelergebnisse um plus eins modifiziert. Wir beginnen dabei mit unserem Flaktschiff, dieses bringt zwei Würfel mit sich. Da alle unsere Ergebnisse um plus eins modifiziert werden, haben wir schon zwei Treffer gelandet. Danach greifen noch unsere Kreuzer an und diese profitieren ebenso von unserem Flaktschiffeffekt. Das heißt, die Ergebnisse unserer Kampfwürfe der Kreuzer werden sogar um plus zwei modifiziert. Das reicht bei diesem Würfelergebnis für zwei weitere Treffer. Zuletzt schießen noch unsere zwei Jäger, verfehlen aber das Ziel. Das ist halb so wild, denn unser Gegner hat hier vier Treffer kassiert. Er selbst kann nun auch noch einen Würfelwurf durchführen für sein eines Schlachtschiff. Dabei schießt er leider daneben und nun werden die Treffer zugewiesen. Wir haben keinen erhalten, R4, das heißt sein Schiff hier ist zerstört. Wir decken nun einen unserer geheimen Aufträge auf, der besagt, dass wir in dem System mit unserem Flaktschiff einen Raumkampf gewinnen müssen. Dies ist hier der Fall gewesen, das heißt wir erhalten einen Siegpunkt. Den geheimen Auftrag konnten wir in der Aktionsphase abhandeln, weil hier oben Aktionsphase aufgeführt ist. Wir haben kein Schiff mit Bombardement-Fähigkeit, dürfen dieses aber ohnehin wegen den existierenden planetaren Verteidigungssystemen nicht anwenden. Im nächsten Schritt des Einmarsches entscheiden wir uns dann unsere beiden Bodentruppen zu entsenden. Dabei kann der Gegenspieler wieder mit seinen Weltraumkanonen auf unsere entsandten Bodentruppen schießen. Dies tut er auch und dabei erzielt er einen Treffer, das heißt wir müssen einen unserer Bodentruppler ablegen. Der andere befindet sich nun auf den Planeten und tritt nun in den Kampf mit dem dort befindlichen Jolnar-Soldaten. Wir werfen einen Würfel für unseren Soldaten und unser Gegner für seinen. Beide Schüsse haben verfehlt, das heißt wir gehen in die nächste Bodenkampfrunde über. Unser nächster Schuss ist hier ein Treffer, während unser Gegner daneben schießt. Das heißt seine Einheit wird hier vernichtet. Wir haben damit den Bodenkampf gewonnen und die Kontrolle über Megatolwax erworben. Alle auf dem Planeten befindlichen Gebäude werden dann zerstört. Die Planetenkarte erhalten wir dann vom Jolnar-Spieler und erschöpfen diese. Einen Siegpunkt dafür, dass wir Megatolwax eingenommen haben, erhalten wir an dieser Stelle nicht. Unser Zug ist dann beendet und der Jolnar-Spieler ist an der Reihe. Er entscheidet sich hier zu passen, ebenso der Harkanspieler und wir als nächstes. Damit ist die Aktionsphase beendet und wir gehen wieder zur Statusphase über. Dabei können wir weder einen öffentlichen Auftrag noch einen geheimen Auftrag werten. Dies geht auch dem Jolnar-Spieler so, aber der Harkanspieler kann den öffentlichen Auftrag hier werten. Daneben hat er auch den geheimen Auftrag erfüllt, dass er in drei Systemen, die an eine Anomalie angrenzen, mindestens ein Schiff hat. Das heißt, das gibt ihm einen weiteren Punkt. Anschließend wird für die nächste Runde wieder ein öffentlicher Auftrag aufgedeckt. Das Spiel wird dabei so lange weitergespielt, bis ein Spieler die zehn Siegpunkte erreicht hat. Oder alternativ, wenn hier im ersten Schritt der Statusphase kein weiterer öffentlicher Auftrag mehr aufgedeckt werden kann. Dann endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage tschau und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.